Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks DBPBW. Die besten Podcasts der Welt. Der Star Trek Podcast. Mit Simon und Sebastian. Jede Woche eine neue Episode von 1966 bis ins 24. Jahrhundert. Ihr hört Trek am Dienstag. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 224. Ausgabe von Trek am Dienstag. Wunderbar, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns zuhören möchtet, wie wir anderthalb, vielleicht zwei Stunden über eine Episode von Star Trek The Next Generation sprechen. Und mein persönlicher Helmut Zerlett, den ihr da schon im Hintergrund die ganze Zeit hört, ist Simon. Guten Abend, Simon. Guten Abend, Sebastian. Ich weiß nicht, mir war irgendwie danach heute, mal ein bisschen Musik zu machen, mal ein bisschen gute Laune. Nachdem wir ja letzte Woche nicht nur gute Laune hatten, sondern mal richtig einen abgelassen haben hier. Wie die mal einen abgeseilt in diesem Podcast, aber war auch nötig und jetzt ist das raus. Und ich habe einfach nur gute Laune. Ist das nicht super? Ja, das kann ich absolut verstehen, Simon. Und das erübrigt sich ja auch schon fast die Frage, wie geht es dir? Aber magst du noch ein bisschen elaborieren? Warum hast du gute Laune? Es ist elaborierend. Brother from another mother, ja. Warum habe ich gute Laune? Ich habe einfach gute Laune. Muss man dafür einen Grund haben? Jetzt geht es wieder in den Keller hier. Nein, alles, alles gut. Es ist eigentlich ein normaler Wochentag, an dem wir das hier aufnehmen. Mir geht es soweit ganz gut. Ich habe nichts zu beklagen. Also das ist ja nicht überall so aktuell in Deutschland. Und deswegen will ich mich überhaupt nicht beschweren. Ich genieße die Zeit. Alles gut. Sebastian, wie ist es denn bei dir? Bei mir ist es so eine Mischung aus gut, erholt und durchwachsen. Ich hatte jetzt mal drei Tage frei. Den Wochenanfang hatte ich mal frei. Und den ersten Tag, wo ich frei hatte, den Montag, da habe ich gleich mal Magen, Darm und schwitzig und schlapp und alles und total im Arsch. Und dann 16 Stunden geschlafen auf den nächsten Dienstag. Und so langsam komme ich wieder bei. Und heute ist der Mittwoch. Morgen muss ich wieder arbeiten gehen. Und heute Nachmittag habe ich, ja, heute Nachmittag, so anderthalb Stunden vor der Aufnahme, bin ich auf dem Sofa eingepennt. Und wenn man auf dem Sofa einpennt, dann wacht man hinterher auf und man fühlt sich wie so eine, also ich glaube, dass die sich so fühlen. Ich weiß nicht, wie die sich echt fühlen. Aber man fühlt sich wie so eine Qualle, die am Nordseestrand irgendwie so angeschwemmt wurde. Und da einfach nur noch so liegt, ja. Und ja, dann kommen irgendwelche bösen Kinder vorbei und machen schlimme Sachen mit der Qualle. Ja, Sebastian, nicht hinlegen hilft. Aber ich kann das so, aber das zeige ich doch mal wieder. Also ich habe ja eine These, was so Kurzurlaube angeht. Das klingt auf dem Papier immer ganz gut. Jetzt sage ich mal drei Tage frei. Okay, aber du hast tatsächlich den Nachteil, und das kenne ich auch sehr, sehr gut, dass man dann quasi in so eine Entspannungskrankheit abgeleitet. Ja, man war halt so auf 180, hat halt geleistet, gemacht, getan und was weiß ich alles. Dann ist plötzlich diese Ruhe da und dann denkt sich der Körper, jetzt habe ich ja endlich mal Zeit, hier diesen ganzen Mist mal zu bekämpfen, der in mir weilt. Und das kenne ich zum einen und zum anderen dann dieses Ankommen im Urlaub. Das braucht bei mir auch immer so ein bisschen. Also ich bin nie so, ich gehe aus dem Büro raus und dann, ja, es ist frei. Sondern du hast ja, also je nachdem, in was für einer Phase du gerade bist, hast du dann viele Themen auf dem Zettel vor dir stehen und dann begleiten die dich ja noch ein Weilchen. So, und dann ist man so, ich habe dann immer so dieses total bescheuerte Gefühl, was ja gar nicht stimmt. Scheiße, ohne mich läuft da gar nichts. Stimmt überhaupt nicht. Nur das muss man dann irgendwann mal so nach drei, vier Tagen, checkt man das. Ja gut, die, also ich habe noch nicht irgendwie, die Firma hat noch nicht Insolvenz angemeldet oder sowas. Ja, die kommen auch super ohne mich, klar, mal ein paar Tage und eine Woche. Und dann bin ich erst bereit abzuschalten. Und diesen Fehler mache ich jedes Mal. Oh, krass. Das hatte ich vor so acht, neun, zehn Jahren auch noch. Aber dann bin ich irgendwann mal an so einen Punkt gekommen, Simon, wo ich gedacht habe, das ist nicht meine Firma. Und selbst wenn ich gehe und da sind noch Sachen übrig, die nur über meinen Schreibtisch, die nur da gelöst werden können. Und selbst wenn die dann schief gehen, weil ich nicht da bin, dann ist mir das egal, denn es ist nicht meine Firma. Und ich habe ein Anrecht auf Urlaub. Ja, ja schon. Das ist, na guck mal, das Problem ist ja eher, meine Firma verlangt das ja gar nicht von mir, dass ich da so einen Stress im Urlaub mache. Ich mache den ja selber. Verstehst du? Ich mache mir den ja selber. Und ich habe schon dazugelernt. Also auch vor zehn Jahren, da habe ich ja noch im Urlaub jeden Tag fünfmal Mails gelesen und so ein Kram. Und beantwortet sogar noch. Das habe ich irgendwann dann eingestellt. Und mittlerweile bin ich sowieso, bin ich tatsächlich soweit, dass ich dann sage, okay, die ersten drei Tage gucke ich noch zweimal in die Mails. Und wenn ich dann merke, oh, da brennt ja gar nichts und es brennt eigentlich nie was, dann gucke ich nur noch einmal am Tag in die Mails. Dann vielleicht auch alle zwei Tage. Und dann irgendwann gucke ich, habe ich, oh, ich habe jetzt drei Tage nicht mehr in meine Mails geguckt. Und dann ist es besser, wenn man zwei Wochen Urlaub hat. Weil dann kannst du wirklich, dann bist du in dieser Erholungsphase einfach irgendwann mal drin und dann bist du so komplett raus. Und dann ist es immer, dann kommt es dir irgendwann total absurd vor am Ende des Urlaubs. Was? Ich muss jetzt wieder arbeiten gehen? Was ist das denn? Was macht man in so einem Büro überhaupt? Wieso geht man da hin? Wieder Eingliederung. Ja, wieso sitzt man da den ganzen Tag und guckt auf den Bildschirm, ja, anstatt hier draußen die Natur zu genießen? Das ist halt, ja, das ist, ja, it's the system, baby. It is the system, ja. Ja, und so war irgendwie jetzt mein erster wirklicher Urlaub, der länger als einen Tag war in diesem Jahr, war so ein bisschen, hm. Aber der nächste kommt bestimmt. Ich habe im Oktober zwei Wochen und über Weihnachten drei Wochen frei. Oh, du Arschgesicht, sorry. Nein, mache ich natürlich nicht so. Aber ich hatte halt bisher noch nichts, weißt du? Aber pass auf, pass auf, ich habe ja nächste Woche Urlaub. Oh, ja. Das ist zwar nur eine Woche, aber die werde ich auch, habe ich ganz fest vor, werde ich von Tag eins genießen. Ich hoffe, ich werde nicht krank. Ich hoffe, das erspart, bleibt mir erspart und werde dann hoffentlich mal eine Woche abschalten können. Freue ich mich sehr, sehr drauf, aber dann ist ja alles wieder Weihnachten soweit. Weil ich hatte ja dieses Jahr schon mal so ein paar kleinere Urlaube mal genommen und so. Naja, gut, was willst du machen? Was willst du machen? Aber genug von unseren Urlauben oder Nicht-Urlauben. Ja, ist doch völlig egal. Ist eigentlich egal. Wir haben ja uns heute mal wieder eine Folge vorgenommen und Simon, gerade auch an Betracht dessen, wie aufgeladen die Folgen auch mit letzte und vorletzte Woche waren. Ja, die Outcasts und die Ethics und wie sie alle heißen. Ach, Simon, was bin ich froh, dass es diese Woche mal nur um, in Anführungszeichen, Science-Fiction-Quatsch geht. Nur um Science-Fiction, es gibt keine teure Botschaft, nur mit ganz viel Fantasie kann man da irgendeine Moral rauslesen. Vielleicht auch gar nicht. Und auch kann ich dir nur beipflichten. Als ich die Folge gesehen habe, ich war so richtig schon erleichtert. Erstmal war es eine Folge, die ich sehr, sehr mag. Mal sehen, ob ich sie nach dem Gespräch jetzt mit dir oder nachdem ich sie ja nochmal gesehen habe, ob ich sie dann noch immer so gemocht hatte wie vorher. Und dann ist es eine harmlose Folge. Es ist wirklich eine harmlose Folge. Es ist eine Sci-Fi-Story. Einfach eine Sci-Fi-Story mit allem Pipapo. Und deswegen mache ich vielleicht einfach mal das Einzige, wo ich mich irgendwie zu weit aus dem Fenster rauslehne, schicke ich vielleicht einfach mal vorweg, um das aus dem Weg zu haben. Gerne, mach das. Ich bereite mich ja auf die Folge immer vor, indem ich zusehe, dass ich alles mir so angucke und anhöre und durchlese, was dazu zu finden gibt. Und unter anderem habe ich auch gedacht, ach guck mal, auf den Blu-Rays ist mal wieder ein Audio-Kommentar drauf. Ja. Oh, Simon. Wer spricht den? Den spricht Brennan Braga und Seth MacFarlane. Ja. Fandst du nicht gut? Fand ich nicht gut. Okay. Hatte keinen Informationsgehalt. Und die haben sich auch über so eine Dreiviertelstunde in so ein unangenehmes Dude-Gehabe so gegenseitig reingequatscht. Und dann habe ich, als ich das so hörte, dachte ich, ey, hoffentlich sind wir nicht, kommen wir nicht so rüber, Simon. Aber was ist denn ein, also ich verstehe gar nicht, was du damit meinst, wenn ich Dude-Gehabe höre, ja, dann denke ich immer an The Dude. Ach so. Oder so ein Bro-Tune. So that's what you call me. Also Bro, so Bro, meinst du so irgendwie so, hey, man? Ja, meiste, es kam mir so vor, als ob der Seth MacFarlane, den ich immer anstrengend irgendwie finde, das muss ich auch nicht schön reden, aber als wäre der Seth MacFarlane, als wollte der irgendwie, als wäre der eigentlich viel, wenn er sich nicht anstrengen würde, wäre er viel schüchterner und viel nerdiger. Überdreht, meinst du? Würde das viel, würde das viel mehr so auch zu nerdig vielleicht schon sezieren, aber du hast gemerkt, er war in diesem Audiokommentar und hat zwar auch teilweise so ein bisschen abgenerdet, aber dann auch so Momente gehabt, wo du merktest, oh, jetzt muss ich auch mal aber ein bisschen cool rüberkommen, weißt du, als Ausgleich für dieses Nerd. Ich kann nicht nur so als der Nerd, und dann hat er so Gorilla-mäßige Alpha-Männchen-Witze dann da rausgehauen am laufenden Mann, aber du merkst, das kommt eigentlich nicht von Herzen, sondern das kommt aus so einer Kompensationshaltung raus. Ah, verstehe, es wirkt alles so ein bisschen bemüht auf cool und laut und die geilsten und so, okay, ja, stimmt. Also wir wissen sehr gut, dass wir beiden nicht die geilsten sind, also das können wir schon mal streichen. Okay, das stimmt, ja. Wir sind einfach nicht die geilsten. Wollen wir auch gar nicht sein, es ist langweilig, wenn wir die geilsten sind. Eben, die geilsten sind immer noch die Erlich-Brothers. Da habe ich neulich was gesehen im Fernsehen, da haben sie irgendwie so ein aufblasbares Tablet, haben sie da gehabt, neulich schon Jahre her, haben sie so ein aufblasbares Tablet gehabt, sind sie mit dem Motorrad irgendwie rausgeflogen oder sowas. Geil. Sind das eigentlich die, sind das die Erlich-Brothers, sind das nicht die Erlich-Brothers, sind das zwei Deutsche, oder? Oh, ich dachte mal, weil da Brothers steht, sprechen die sich Erlich, ich war, ich habe die nie angesagt gehört. Muss ich jetzt mal kurz gucken, wie Erlich, Erlich-Brothers finde ich auch eigentlich irgendwie besser. Erlich! Das macht jetzt mal der Erlich. Das machen jetzt mal die Erlichs. Ostwestfalen-Lippe hier, nix mit Brothers, ja, Andreas-Ehrlich und Christian-Ehrlich, so heißen die beiden. Ach, guck, na gut. Sie sind offizielle R.I.D. Weltrekordhalter. Ja. Wenn ich jetzt wüsste, was das ist, da. R.I.D., ist das nicht irgendwie so ein Chip? Weltrekord-Hattrick bei einer Stadion-Show. Das haben sie wahrscheinlich dreimal ausverkauft hintereinander, oder? Okay, wow, wow. Ja, also, das ist der Beweis, das sind die geilsten. Das sind die geilsten, das sind schon mal die geilsten, so. Also, das sind wir nicht, sind wir manchmal laut und ungehobelt? Und, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, das sind wir, das sind wir. Wir rülpsen manchmal rum, wir brüllen rum, wir schreien vor Lachen manchmal. Wir sagen viel Hörmer und hier. Hörmer machen so diesen Lokalkolorit manchmal auch völlig übertrieben und dichten den Charakteren an, die sich in höchsten britischem Englisch eigentlich unterhalten. Also, das, ja, also die Kritik müssen wir, da müssen wir halt mit leben. Das ist, ich glaube da, ja, aber bei dir ist es ja so, dass die offensichtlich unauthentisch rüberkamen. Ja. Und ich hoffe, das hört man uns, oder beziehungsweise das denkt man nicht über uns, dass wir hier eine Rolle spielen oder uns anstrengen, hier extra überdreht zu sein. Nee, traurige Wahrheit ist, ich bin tatsächlich so. Richtig. Wir sind ja, die Folgen sind ja von uns auch immer relativ unterschiedlich. Bei manchen sind wir, pennen wir halb ein und wir sind total low. Und ich schneide dann, und ich schneide irgendwie eine halbe Stunde raus, damit da so ein bisschen Tempo reinkommt. Und dann haben wir so Wochen, wo du das Gefühl hast, die haben uns irgendwie, hier so wie damals Gotthilf Fischer auf der Love Parade, irgendwie was ins Bier gekippt und dann, olé, 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 olé. Ja, 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 das gibt es auch, ne? Ja, ist aber meistens nicht so. Sondern wir sind halt dann tatsächlich an diesem Tag einfach so drauf. Ja. Ist hoffentlich nie so, dass mir irgendwer was ins Bier kippt hier. Ja, wollen wir mal, apropos Bier, das mache ich gleich erst mal auf. Aber mein Fazit ist halt, glaube ich, einfach dieser Audiokommentar, der hat null Informationsgehalt. Ja. Und dann ist er auch noch so ein bisschen unangenehm. Da kenne ich von den Produzenten der Blu-Rays, von Roger Lay Jr., da kenne ich einfach mehr Sorgfalt und mehr Gehalt auch einfach, als sie da an den Tag gelegt haben. Ich glaube, das ist so wahrscheinlich das Hauptproblem an dem Audiokommentar. Die Leute können ja sein, wie sie wollen, aber dann müssen sie auch liefern. Und man guckt ja einen Audiokommentar. Es gibt Unterschiede, es gibt Audiokommentare, die sind unfassbar witzig. Uwe Boll sei hier genannt. Und da kriegst du gar nicht so viele Informationen, sondern das ist halt einfach lustig, sich diesen Quatsch anzuhören. Oder es gibt auch andere Beispiele. Ich habe mal irgendwann einen Audiokommentar gehört. Da haben John Carpenter und Kurt Russell über Big Trouble in Little China einen Audiokommentar gemacht. Und da geht es auch nicht so sehr um den Film, sondern einfach um zwei Kumpels, die da sitzen, sich kaputt lachen und sagen, na, wie geht es eigentlich deiner Frau? Und das ist aber trotzdem lustig, denen zuzuhören, weil es irgendwie authentisch ist. Da kann man dann drauf verzichten. Aber wenn es weder Informationen gibt und dann hast du noch das Gefühl, was sind das denn für Arschgeigen, da irgendwie die Nerven, dann ist es schlecht. Dann ist es sehr schlecht. Es ist nicht ganz so megamäßig unterste Schublade wie der Audiokommentar zum vierten Star Trek Kinofilm von Orsi und Kurtzman. Weil der ist unter aller Kanone. Da passiert auch nichts. Sie sagen minutenlang nichts. Und wenn sie dann mal was sagen, dann schämen sie sich eigentlich dafür, dass sie jemals Star Trek Fans waren. Und du denkst, was läuft denn da für eine Nummer? Dagegen war dieser Audiokommentar hier noch Ambrosia vom Himmel. Aber na ja. Diese viel zu lange Einlassung sagt mir, du hast gar nicht so viel Informationsgehalt zu dieser Folge. Also Making-of-mäßig. Ich habe zwei, drei kleine Sachen gleich, wenn wir gesagt haben, um welche Folge es überhaupt geht. Denn das haben wir noch nicht getan. Dann machen wir das doch jetzt. Es geht um die Folge vom 23. März 1992. Wir sind in der fünften Staffel. Es ist die 18. Folge Cause and Effect. Auf Deutsch hat sie einen französischen Namen und kam am 28. April 1994 und hieß Déjà-vu. Und ich weiß nicht, warum ich das jetzt so in einer merkwürdigen Reihenfolge gesagt habe. Aber die Folge, es bietet sich an, Dinge in einer merkwürdigen Reihenfolge zu sein diesbezüglich. Ich habe jetzt den Begriff Déjà-vu, habe ich ein ganz besonderes Verhältnis. Ich wusste lange Zeit überhaupt nicht, was das ist. Irgendwann klar, weißt du, was ein Déjà-vu ist. Ich habe das dann das erste Mal tatsächlich, habe ich ein Computerspiel gehabt für den Amiga. Und das hieß Déjà-vu. Und das war so ein Adventure, so ein bisschen Film-Noir-mäßig so, wo du wachst auf dem Klo auf in so einer ausgestorbenen Stadt und weißt nicht, wer du bist, hast aber eine Waffe in deinem Mantel und es gibt eine Leiche in diesem Gebäude. Und du musst dann irgendwie rausfinden, was Sache ist. Und ich habe das unfassbar lange gespielt. Und ich bin immer wieder auch gestorben da, weil dann ab und zu wurdest du erschossen. Wenn du zur Polizei gegangen bist, haben sie sich verhaftet und so. Du musstest halt Beweise dafür sammeln. Und das war so ein ganz lustiges, aufgebaut, das waren so kleine Fenstern, wie in so einem Windows irgendwie. Du hattest ein Fenster, war die Grafik drin, ein Fenster, Inventar. Und so gab es auch noch andere Spiele nach dem Motto. Und das hieß Déjà-vu. Und als ich das damals als Kind, da war ich ein Kind, als ich das gespielt habe, was heißt denn wohl Déjà-vu? Was ist das denn? Natürlich ist Déjà-vu, dass der Typ halt aufwacht und diese Erinnerungsfetzen quasi hat so nach dem Motto, ah, hier, das habe ich schon mal gemacht. Aber was ist da genau passiert so? Und deswegen Déjà-vu fand ich immer cool. So, oh, Déjà-vu, als ich auf die Folge gesehen habe. Habe ich so ein gutes Verhältnis einfach zu dem Begriff. Wobei das natürlich ein falsches Déjà-vu ist, was der Typ hat. Und, denn Déjà-vu beschreibt ja im echten Leben, dass du das Gefühl hast, du wärst schon mal irgendwo gewesen und hättest schon mal irgendwas gemacht. Das stimmt dabei nicht. Aber es ist einfach so eine falsche Erinnerung, die da getriggert wird. Vielleicht durch einen Geruch. Vielleicht durch irgendwie eine Synapse, die aneinander schlägt das erste Mal seit 18 Jahren wieder oder so. Genau. Also es ging auch in dem Spiel um so falsche Erinnerungen. Und da war schon so ein Zusammenhang. Aber ja, ja, das ist dann, das hat ja jeder von uns schon mal. Wo du dann irgendwie so gesagt hast, das habe ich doch schon mal. Das war doch genauso. Aber nein, das ist ein Mix aus Synapsen, die da irgendwie klicken und sagen, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber in Wirklichkeit war es das nicht. Es war trotzdem total faszinierend, weil die Story einfach auch cool war. Das war eine coole, coole Story. Und Mindscape, die haben ja auch noch ein paar andere Spiele gemacht, die dann genauso waren. Aber ja. Und eine Sache muss ich noch erzählen. Dann kommen wir endlich zur Folge. Ja. Vielleicht sind wir diesmal auch ein bisschen schneller durch, weil das wiederholen sich ja viele Dinge. Ja, mal gucken. Wenn du das geschafft hattest, das durchzuspielen, hast du einen, wo du dir eine Urkunde konntest ausdrucken. Mit deinem Drucker. Und das habe ich ja erst Jahre später auf einem Emulator, habe ich das dann gespielt. Ja, habe dann den Drucker emuliert, was eine scheiß Arbeit war irgendwie, weil das nicht so richtig funktioniert hat. Und dann kam so eine Urkunde daraus. Geil. Ich habe zu Déjà-vu noch eine andere Beziehung, aber da erzähle ich später was zu. Okay. Dann erzähle ich jetzt mal ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte. Denn geschrieben hat es einzig und allein Produzent Brennan Braga. Die Idee und die Vorgabe aber an sich selbst war es, eine Zeitreise-Episode zu schreiben, die sich nicht in verwirrenden und verschränkten Zeitlinien und Paradoxa ergeht. So wie in Yesterdays Enterprise. Irgendwas wurde in der Vergangenheit geändert und deswegen ist die Gegenwart. Und dann hat er gedacht, vielleicht könnten wir ja mal eine Zeitschleife machen. Schrieb daraufhin das Drehbuch und hat das dem Regisseur vorgelegt, Simon. Der ist ja diese Woche wieder ein bekanntes Gesicht. Genau. Jonathan Frakes führt bei dieser ja doch ungewöhnlichen Folge, muss man schon sagen, führt Regie. Und ich kann das auch mal vorwegnehmen, wie er das macht, gefällt mir außerordentlich gut. Ja, das stimmt wohl. Zuerst aber hat er das Drehbuch gelesen und kam sich mächtig verschaukelt vor. Er hat gedacht, was soll das denn bitteschön? Und dann musste er auch noch zum Chef antanzen. Und nicht zu irgendeinem Chef, sondern zu Richard Keith Burman. Hat ihn zu sich zitiert, hat gesagt, hör mal Jonathan, du machst hier diese Zeitschleifen-Episode. Die Szenen, die du da drehst, die dürfen kein einziges Mal wiederverwendet werden. Du musst das immer neu drehen. Das hier ist keine Clipshow und du musst dafür sorgen, dass sich das signifikant voneinander jeweils unterscheidet. Und daraufhin hatte Jonathan Frakes für mehrere Monate keine freien Wochenenden mehr, weil er wirklich zu Hause dann irgendwie die Möbel alle an die Wand gerückt hat und dann da quasi überlegt hat, das mache ich dann aus der Richtung und das aus der Richtung und hat das alles geübt, geübt, geübt. Was der Episode natürlich wahnsinnig gut tut. Also wenn man die Szenen wirklich sich immer wiederholend sehen würde aus der Kameraperspektive, dann wäre das ja sterbenslangweilig irgendwann. Und die Charaktere lernen ja auch dazu. Wir nehmen sehr viel vorweg, aber das kann man ruhig mal sagen. Die Charaktere lernen ja dazu im Laufe der Episode und von daher hätte ich es noch blöd gefunden, wenn das alles Neid dann gewesen wäre. Aber dass doch viele Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer gar nicht so sehr auf Kameraperspektiven und inszenatorische Unterschiede achten, das schlägt sich auch in dem Fakt nieder, dass die Fernsehstationen am Tag der Ausstrahlung angeblich ganz viele Anrufe bekommen haben, die gesagt haben, da ist irgendwas kaputt. Ihr zeigt das gerade wieder von Anfang an. Da ist irgendwas kaputt. Euch ist ein Fehler unterlaufen. Ja, Sebastian, was soll ich dir da sagen? Wir sagen ja manchmal, oder wir haben hier schon kritisiert, die halten ihr Publikum für so blöd. Die müssen immer alles erklären. Die müssen immer einen Charakter haben, der genau dem Publikum sagt, was gerade Sache ist. Aber Sebastian, solche Anekdoten, sofern sie den stimmen, die sagen uns ja, wissen wir, was dran ist. Ja, da ist leider irgendwie was dran. Weil ich finde nämlich, als ich das gesehen habe, ja gut, ich wusste, na gut, man muss, das ist ja wieder eine Frage der Perspektive. Ich wusste, als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, es ist eine Sci-Fi-Show. Ich kannte auch schon Next Generation. Ich hatte auch schon andere besonderliche Dinge gesehen, die da passiert sind. Und ich dachte, das ist jetzt klar, das wiederholt sich jetzt. Zeitschleife und so. Man wusste das ja irgendwie. Aber da muss man natürlich dran denken, wenn du jetzt, keine Ahnung, Onkel Gerhard bist, der sich da hinsetzt, ein Bierchen aufmacht und sich da startreich anguckt. Wo ist denn der Spock eigentlich die ganze Zeit? So, weißt du? Also jetzt, das müsste man so auf Hillbilly-mäßig, müsste man das machen in Amerika und so. Dann kann man vielleicht verstehen, dass die Leute da irgendwie, und ich glaube, das war wahrscheinlich auch das, was Rick Berman damit sagen wollte. Okay. Du musst das Ding so machen, dass die Leute kapieren, dass sich das nicht einfach ein Fehler ist oder sich wiederholt oder so, aber es hat trotzdem nichts genutzt. Wenn, wie gesagt, diese urbane Legende stimmt. Ich kann es mir fast nicht. Man sagt ja auch immer bei Orson Welles, hier, War of the Worlds, bei dieser Radioübertragung waren dann die Straßen aus New York verstopft, weil die Leute alle geflohen sind. Und in echt sind wohl dann doch gar nicht so viele Leute abgehauen. Ich glaube, es sind irgendwie 20 Menschen irgendwie mal in ihre Autos gestiegen und weggefahren. Aber dann bildet man natürlich die Legende. Dann bildet man die Legende, ja. Print the Legend, wie es so schön heißt. Das ist eine tolle Info. Ich habe mir nämlich schon immer gedacht, ich wusste das nicht, ich habe mich noch nie so richtig damit beschäftigt, wie das genau war so. Aber ich habe mir schon immer gedacht, das kann ja eigentlich nicht sein, dass da so eine Massenpanik in New York war und so. Da hätten sich da, wären da Leute zu Tode gekommen bei und so was. Ja. War gar nicht so. Ist übrigens auch ein toller Film von Nick Meyer, ein Fernsehfilm. Ich glaube, der heißt The Night That Panicked America. Das ist eine Dramatization da von dieser Ausstrahlung, was da in Amerika in den Haushalten passiert ist. Und das zeigt natürlich die Legende, aber auch, weil es von Nick Meyer geschrieben ist, auf eine unglaublich literarisch und interessante Art und Weise ausgeschmückt. Klingt toll, habe ich noch nie gesehen. Das klingt wirklich toll, ja. Ich habe nur Aufnahmen gesehen, wie der Orson Welles das aufgenommen hat damals, das Radioplay und so. Da war Orson Welles auch gar nicht, das sah noch ganz anders aus als später. In der Tat. In der Tat. Also dann, also dann, Robert Wise Production. Robert Wise. Star Trek The Motion Picture. Ja, also Frakes Regie, Brennan Braga schreibt hier, ja, ich glaube, eigentlich somit eine dieser ersten Sachen, für die er ja berühmt und berüchtigt wurde. Also diese, da passieren wissenschaftlich unfassbare Sachen und da muss die Crew irgendwie damit umgehen und es ist alles total verrückt. Und hier wärmt er sich ja schon auf für das, was mal später erfolgen sollte. So ist es. Und Brennan Braga, so sehr er auch für diese Hirntwist-Episoden bekannt ist, ist halt im Gegensatz zu anderen Autoren nicht jemand, der eine teure Botschaft drüber bringen möchte. Die ist ihm meistens relativ egal. Aber auch anders als ein Ron Moore sind ihm die Charaktere auch gar nicht so wichtig. Er kennt deren Stimmen, er benutzt die Charaktere eigentlich meistens korrekt, aber er will jetzt uns nicht irgendwie was Neues über Geordi verraten oder so, ja. Oder irgendwie den Charakter der Beverly vertiefen. Das passiert in seinen Folgen eigentlich nicht. Das macht er auch nicht, tatsächlich. Die wirken relativ flach. So, jeder ist irgendwie gleich drauf. Das stimmt, ne? Also gibt's nicht so die großen Unterschiede. Ja gut, wollen wir mal erzählen, was da überhaupt passiert in der Folge. Ja. Es geht auch dann, es geht richtig in die Vollen, ne? Also hier nix mit Enterprise vielleicht irgendwo und der Jean macht einen Logbuch-Eintrag. Nein, wir sind mitten in einer Notsituation. Ja, das erste, was wir sehen, Ro Laren sitzt da. Finden wir toll, dass Ro Laren da sitzt und alle anderen auch. Und da ist ein Riesentheater und es wackelt und brennt und alles und oh nein, der Warpcore. Ja, der Warpcore. Man sieht auch eine zerrissene Warp-Gondel am Schiff hängen. Also die sieht aus wie so ein kaputter Kronenleuchter aus, die darunter gefallen ist bald. Auf der Brücke, wie du schon sagst, alles Remi-Demmi. Wir haben eine sehr stimmungsvolle Beleuchtung, die mich an Yesterdays Enterprise erinnert. Sonst sieht das im Notfall nicht so filmisch aus, wenn es zur Sache geht. Aber alle fliegen rum, der Warp-Kern und alle schreien sie und Bill steht da noch mit dem Bein oben, obwohl eigentlich die Brücke bebt, steht er da so, der fliegt ja dann immer wieder hin. Dass er hinfliegt, ist kein Wunder, wie da steht. Stimmt, jetzt sollte es sich mal vernünftig hinstellen, weil der hat ja auch schon einen kaputten Rücken. Ja, also Antimaterie läuft aus, man versucht den Warp-Kern dann noch, ja, so Not wegzusprengen aus der Enterprise. Das geht auch nicht, die Systeme sind im Eimer und dann kriegt der Jean, der erst mal gar nicht sagt das mit, ja, dann ist so ein Bild auf Jean, wie er dann in seinem Stuhl hin und her wackelt und was sagt der Jean? Er sagt alle raus, raus hier, er raus hier. Get out, get out. Werte Christopher Lloyd gesagt, aber er sagt, all hands abandoned ship, all hands abandoned. Und dann sieht man, wie die Enterprise so seitwärts wegdriftet und dann gibt es einen Knall und das Ding fliegt in die Luft. Und das, liebe Freunde und Freundinnen, ist der Teaser. Brandon Braga nannte es den Ultimate Teaser. Nicht den Ultimate Warrior, den Ultimate Teaser. Also ich finde, das ist ein geiler Teaser. Ich muss wirklich sagen, das ist ein geiler Teaser. Klar, total auf Effekte und sonst irgendwie was, aber das wirkt so, gerade nach den Folgen, die wir jetzt in den letzten Wochen hatten, die ja, wo viel geredet wurde und wo es um Zwischenmenschliches ging und so weiter, ist das mal so ein Weckruf. Und ich finde, das braucht auch die Staffel auch, dass es mal auch wieder ein bisschen knallt. Und das liefert dieser Teaser für mich und ich fand das damals total cool und ich finde das auch heute total cool. Das ist super cool. Sie machen es ja auch besonders gemein noch, indem nochmal so eine Feuerwand beginnt, die Brücke zu schlucken. Da könnte ich auch geförse rausgehen, wo du schon denkst, oh Gott, jetzt wird es aber mächtig unangenehm. Und dann ist die Explosion der Enterprise nicht so wie sonst, wenn irgendwie ein Schiff explodiert, dass sie einfach nur eine Explosion über die Aufnahme eines Modells gelegt haben. Und dem Modell ist in Wirklichkeit gar nichts passiert. Das haben sie einfach dahinter dann weggeblendet. Hier haben sie wirklich ein Modell der Enterprise D mit Sprengstoff geladen und in die Luft gejagt. Und da siehst du auch, wie gemein das kaputt geht, das Ding. Das sieht ja aus, Simon. Ja, ist super. Aber dass sie sich da sich die Mühe gegeben haben, auch die Kosten da rein investiert haben. Ein tolles Intro. Und du möchtest dann auch wirklich mal wissen, wie es weitergeht danach. Warum ist die Enterprise Crew explodiert gerade? Also die ganze Crew ist ja weg. Ja. Vorspann? Wir kommen aus dem Vorspann wieder raus. Entschuldigung, eine Sache noch, Simon. Wir hören das allererste Mal davon, dass es ein Notabwurf-System für den Warp-Kern gibt. Ah. Dieses Ejection System. Okay. Und auch schon beim allerersten Mal hören wir das, was wir fast immer hören, wenn es darum geht, das funktioniert jetzt nicht, Grimär. Das ist kaputt. Weil das ist, wo ich immer denke, so ein System zu haben und dann ist das immer kaputt. Ja, es ist so ein wichtiges System und da müsste es ja eigentlich Redundanzen geben. Also eigentlich müsste es fünf von diesem System geben oder zumindest zwei, wie beim Fallschirm. Wenn du runterspringst, die eine Leine reißt, ja gut, da habe ich zum Glück noch eine andere da. Und gerade bei sowas, weil wenn das Ding halt, es ist halt ein Reaktor, Sebastian, dann ist halt alles kaputt. Ja. Also alles kaputt, im wahrsten Sinne des Wortes. Verstehe ich auch nicht. Deswegen ist für mich Ejection System Offline auch einer der dümmsten Sätze in ganz Star Trek eigentlich. Ja, es müsste auch irgendwie mechanisch gehen. Da müsste jemand irgendwie so einen großen Hebel ziehen, damit das dann rausfällt oder so, damit man gar nicht abhängig ist vom Computer. Ja. Oder dass Geordi da so mit rausreitet, wie dieser Cowboy am Ende von Dr. Strange Love. Weißt du? Ja, ich weiß. Natürlich. Und er so wie, 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 wie. Geordi wäre ein toller Cowboy. Ja. Gewesen, ja. Gut, aber jetzt darf der Jean-Luc erst mal was sagen. Denn wir starten so in die Folge, als hätte es das gerade eben gar nicht gegeben oder als läge es noch in der Zukunft, was es ja tut. Und Jean erzählt, naja gut, wir sind jetzt hier in der Typhon-Expans, sagt er. Das ist so eine Gegend, die ist nicht so richtig erforscht. Und da sind wir jetzt und wir schauen uns da ein bisschen um. Das ist total spannend hier. Und noch ist es gar nicht so klar, dass es sich um eine Zeitschleife handelt. Und ich finde, auch nach heutigen TV-Maßstäben wäre das auch noch lange nicht klar, dass es sich um eine Zeitschleife handelt. Denn irgendwann habe ich so das Gefühl, vor 10, 15 Jahren ist das so Mode geworden, dass man als Teaser macht eine ganz dramatische Situation. Der Held läuft irgendwo blutend her und alles ist kaputt und du denkst, mein Gott, wie ist denn das passiert? Und dann kommt der Vorspann und dann steht dann nach dem Vorspann dort 17 Stunden früher. Ja, natürlich, klar. Aber das gibt es ja auch in Büchern. Das ist ja nicht nur auf Filme beschränkt. Oft hast du da auch irgendwie was vom Ende am Anfang. Und dann kommt eine dieser Sätze, die ich dann auch oft lese. John wusste nicht, dass sich sein Leben in zwei Stunden komplett ändern würde. Ja. Und ich habe immer Probleme mit diesen Sätzen. Ich finde, das ist einfach so lazy Spannung erzeugen. Ich mag das nicht so. Ich möchte halt, wie sie, ich möchte einfach, wie sie, ich liebe das einfach, wenn, auch in Filmen, wenn die einfach mit einem, eine totale Beginn, wo sich noch nichts bewegt, wo sich die Atmosphäre so ein bisschen kapoti, jetzt fällt mir, warum ausgerechnet kapoti, kapoti fällt mir ein. Es ist einfach nur dieses Haus. Ja, und mehr, mehr siehst du gar nicht. Dann entwickelt sich das langsam und wird schneller und gewinnt Tempo und so. Das mag ich auch. Mag ich einfach. Diese Szenen am Anfang, man könnte die Hook nennen, wenn da sowas vorweggenommen wird. Oder aber auch diese Schummeleien, die du gerade im Buch gesagt hast. John und Marsha wussten nicht, ja, Simon wurde da Clickbait erfunden. Na gut, so ein Teaser ist ja schon immer so ein bisschen Clickbait gewesen. Und es ist mal mehr oder mal weniger gut gelaufen. Was es von Clickbait allerdings unterscheidet, Clickbait liefert ja meistens nicht. Ja. Weißt du, da wird dir ja, da wird dir irgendwas versprochen in dieser Clickbait-Zeile und dann liest du das und denkst dir, na gut, war jetzt so aufregend, auch nicht. Ja. Und bei TNG ist es ja dann häufig aufregend, was da passiert. Das stimmt. Also das hier ist kein, ich frage das deswegen, weil man natürlich Next Generation auch hier unterstellen könnte, sie schummeln ein bisschen. Aber die machen in dieser Folge alles außer Schummel. Ja, genau. Und es passt ja super in diese Folge, dass man so anfängt. Das ergibt ja Sinn, dass das davor stattfindet. Na gut, also, wir haben es gesagt, das ist die Situation, die wissenschaftliche Situation und wir gehen jetzt mal zu einer Poker-Runde, zu einer abendlichen. Ich frage mich auch, wir werden ja demnächst feststellen, das ist eine Zeitschleife. Fängt die genau da an? Oder fängt die ein oder zwei Stunden eher an? Also für mich fühlt sich das fast so an, als würden die zu dem Zeitpunkt, wo die das Pokerspiel haben, immer so wieder in ihre Körper fahren? Ja, denke ich auch. Da müssen wir sowieso drüber reden, wie weit diese Zeitschleife zurückspult. Und warum das so ist, kommen sie jetzt quasi in dieses Einzugsgebiet von dieser Anomalie, auf die sie gleich treffen oder so? Das ist da, weißt du, wird so quasi diese Schwelle übersprungen, dass man da quasi in diesem Einzugsgebiet ist oder so? Ich weiß es nicht. In dieser Blase einfach. Also da gibt es viele theoretische Fragen, von denen wir auch interessanterweise gar nicht so viele geantwortet bekommen. Gucken wir mal. Ja, du sagst es, Poker. Genau, Data, Riker, Worf und Beverly sitzen da an einem Tisch. Data ist natürlich wieder der Geber, wie immer. Und Data ist ja auch schon der totale Poker-Profi, ja, der reißt Sprüche wie in Vegas unten, weißt du? Ja, der teilt jetzt einfach Karten aus. Und diese Karten sind nicht unwichtig, es wird auch, Frakes in der Inszenierung legt sehr viel Wert darauf, dass man mitkriegt, was es für Karten sind. Man sieht die auch häufig und der verteilt jetzt. Ja. Nacheinander verteilt der Karten. So ist es. Dann geht es so los und ziemlich schnell steigen Data und Worf aus. Bei Worf, beim Geben kommt so ein toller Satz von Data. Still no help for the Klingon. Klingon habe ich auch darüber gesagt und habe ich auch darüber so ein bisschen nachgedacht und weiß ich auch nicht. Meinst du, der sagt das auch, wenn da ein Chinese sitzt? Möglich. Bei Klingon ist es in Ordnung, ne? Ja, ja, natürlich. Ja, genau. Und ja, Riker ist natürlich in seinem Element, das wissen wir ja schon, dass Riker so ein Bluff-Profi ist und ja, das machen die jetzt auch hier. Also, er erhöht und es ist halt diese Poker-Variante, wo man quasi eine Karte verdeckt hat und die anderen werden dann ausgeteilt und dann ist das halt so, kommt es halt darauf an, was die letzte Karte ist, was die dann aus dem Blatt sozusagen macht, ne? Und der Frakes, hätte ich fast gesagt, der Bill, der spekuliert hier auf eine Straße oder behauptet, er hätte eine Straße. Und die Beverly, die hat irgendwie schon das Gefühl, dass damit was nicht stimmt und die beiden bieten sich so richtig hoch. Also, das geht irgendwie mit 20 los und am Ende sind wir bei und noch 300 oben drauf. Also, die schieben fast den ganzen Stapel da in die Mitte, weil Beverly hier etwas weiß. Ja, Beverly weiß was und das sieht man auch schon, dass sie so ein bisschen abwesend ist während des Spiels, manchmal so in Gedanken irgendwie ist, nicht so richtig da und das ist schon der Hinweis für den Zuschauer, dass hier irgendwas nicht stimmt und dass Beverly das spürt. Und jetzt, wir wissen, Riker ist halt der Bluff-Profi, der wird ganz, ganz selten, fällt er damit auf die Schnauze, aber er fällt ja auf die Schnauze und dann guckt er die Beverly auch an und sagt, jetzt mal, wie hast du denn rausgefunden, dass ich geblufft habe? Und statt dass sie sagt, ja, ja, keine Ahnung, war Glück, sagt sie, ja, ich hatte so ein Gefühl und sie versucht es dann aber noch so lustig wegzuerklären mit, ja, du machst halt immer die linke Augenbraue so hoch und dann macht er wieder den Blick, den er auch macht, wenn er, wenn er verwirrt ist oder wenn er Ärger mit Troy und Laren hat und so ist es ja. Also eine normale Pokerrunde, dann aber kommt eine Nachricht von der Krankenstation. Beverly möchte bitte mal runterschauen, der Geordi ist am Start und da schalten wir jetzt auch hin direkt, also viel Tempo auch in der Folge, direkt in die Krankenstation, Beverly ist auch dabei, ihn schon zu behandeln. Naja, und unser LaForge hat so einen schwächer Anfall gehabt irgendwie, ne? Ja, der ist da oben rumgelaufen am Warpkern und dann ist ihm schwindelig geworden und dann hat ihn noch irgendwer aufgefangen, irgendein Ensign, weiß ich nicht genau, Ensign Fletcher, so, hat ihn aufgefangen, bevor er da komplett runterpurzeln konnte. Hätte ich ja gerne gesehen, so eine Slapstick-Einlage irgendwie auf der, ja, bitte noch so, gerade so festgehalten, ne? Ja, sagt Beverly, du hast irgendwie, siehst aus, hast du so die Symptome von der Mittelohrentzündung, sagt sie so, und dann kann er sich aufs Gleichgewicht auswirken. Ah ja, sagt er, Kopfschmerz und so, du arbeitest einfach zu viel, du arbeitest zu viel und komm, ich spritze dich mal gesund hier, aber da kommt schon wieder dieser Moment bei Beverly, wo sie sich so wundert. Sag mal, hast du diese Symptome schon mal gehabt? Nö, das kann er nicht, du hast doch diese Symptome schon, nein, habe ich noch nie gehabt. Ja, komisch, ich habe ja doch genau diese Diskussion haben wir schon mal gehabt und dann habe ich dir schon mal eine Spritze gegeben gegen Schwindel und in dem Moment saß ich da, Simon, und habe gedacht, wie geschickt ist denn das eigentlich, dass wir als ersten kompletten Durchlauf eben nicht den ersten Durchlauf sehen, sondern schon den dritten oder vierten oder fünften, wo schon irgendwie merkwürdig Saat des Zweifels einfach gesät wird, weil nichts frisch ist für die Charaktere hier. Nichts ist frisch, ne, und es ist tatsächlich so, dass bei allen, es ist ja nicht nur Beverly, aber wir kriegen das aus der Perspektive von Beverly jetzt erstmal erzählt und bei Beverly macht es so am ersten, als erstes so Klick gefühlt, ne, irgendwie ist das hier, das ist doch ganz komisch irgendwie und das ist dann natürlich schon dieses Déjà-vu-Gefühl, was sie hat. Naja, aber okay, vielleicht einfach komischer Tag, ja komm, geh mal nach Hause und pass mal schön auf dich auf und dann ist auch schon Abend, dann ist Beverly, ja, macht ihre, ihre Abendtoilette. Ich glaube, das war auch schon abends, als sie zur Krankenstation gerufen wurde, einfach nur nochmal wegen des Jordi-Notfalls, weil die waren ja am Pokern und deswegen habe ich so das Gefühl, diese ganze Folge, die geht irgendwie immer von 21.30 Uhr bis 10 Uhr am nächsten Vormittag. Kann sein, ja. Also die sind ja, die sind ja schon am Ende des Pokerspiels, haben sich wahrscheinlich um, weiß ich nicht, 20 Uhr getroffen oder so und haben dann anderthalb Stunden gespielt und jetzt ist es vorbei, ja. Das könnte gut hinkommen, ja. Also wir sehen hier eigentlich immer das Ende eines Tages auf der Enterprise und wirklich das absolute Feierabendende, also schon komplett, Abendessen ist schon, die Teller sind schon alle gespült, das siehst du und dann so das erste Morgenmeeting, was dann wahrscheinlich immer, ja, in US-Büros geht es ja meistens so um 8.30 Uhr oder 9 Uhr los und dann unmittelbar danach schlägt ja dann das Schicksal zu und dann geht das wieder eigentlich nur so 12 Stunden zurück, würde ich sagen, oder? Ja, kann schon sein, ne? Jean bittet ja manchmal auch um 0.600 Hours zur Audienz, ne? Also der steht ja manchmal früh, der sitzt bestimmt schon um 5 Uhr im Büro, oder? Ja, natürlich. Der fällt immer so früh aus dem Bett. Wahrscheinlich, ja. Der geht auch früh ins Bett wahrscheinlich. Ja, gut, also jetzt sind wir abends da, Beverly ist schon im Nachthemd, schneidet da noch so ein paar Blüten zurecht von ihrer Pflanze, kümmert sich drum, lacht ein bisschen, freut sich, hat so einen Sherry, so einen kleinen oder was immer das auch ist, so einen Schlummertrunk irgendwie und dann geht sie wieder zurück zu Bett. Sie hat da wahrscheinlich schon dringelesen, weil sie verräumt noch ein Buch, ja, legt das auf dieses, was immer das auch ist, diese Schale, die da mit diesem blauen Zeug gefüllt ist. Was ist denn das, Sebastian? Klerasier. Ist das ein Buchbefeuchter, oder was soll das sein? Ich weiß es nicht. Das bläulich schimmernde in dem Pott. Ich weiß es nicht. Warum steht das auch direkt so, da wo ich meinen Radiowecker stehen habe oder vielleicht noch irgendwie ein Buch halt liegen habe? Ja, habe ich auch. Da habe ich ein Buch liegen und Kindle und was es da alles gibt, ja, genau. Und wie scheiße ist das eigentlich, da eine große offene Schale hinzustellen? Denn man hat ja manchmal abends noch irgendwie so, weißt du, dann bist du nochmal mit dem Smartphone zugange und legst das so neben dich. Ja. Oder legst, oder tust das Kindle da, oh, versenkt. Ist doch Mist. Ja, irgendwann erzähle ich mal eine Geschichte, wie ich mein Smartphone auf so eine Art und Weise ruiniert habe. Irgendwann erzähle ich sie nochmal, ja. Okay. Jetzt möchtest du es nicht erzählen. Nein, ich möchte es nicht erzählen, aber irgendwann, man kann sich ja nicht in die besten Storys, wir haben ja noch so viele Jahre vor uns. Das stimmt. Ja, aber ich habe mir gedacht, Mensch, ja, mal Zähneputzen. Hat hier doch noch irgendwie da so einen süßen Likörchen dazu bestimmt getrunken. Vielleicht ist das auch so ein Vitamin-Cocktail, ich weiß es nicht. Legt sich ins Bett, das sieht auch richtig gut. Vielleicht ist das auch das Zähneputzen, Simon. Vielleicht ist das so eine Nährlösung und dann sind da so Naniten da drin und die sind wie so kleine Vögel, die beim Nilpferd so in die Zähne gehen. Meinst du, du musst gar nicht mehr die Elektrozahme oder so, musst du gar nicht machen, sondern es geht jetzt. Du musst einfach nur dieses da trinken und dann. Ja, das würde sich hier, wie heißen sie, Lysterin oder wie die alle heißen, würden sich wünschen, wenn das so gehen würde. Lysterin Nainite. Richtig. Mit Sherry-Aroma. Das ist irgendwie beides so. Jetzt liegst du dann hier im gemütlichen Bett. Ich finde, das sah wirklich gemütlich aus, auch mit den Pflanzen darüber und so. Sie legt sich auch hin wie ein normaler Mensch, wenn der schlafen will, ja, und nicht so auf den Rücken, auf so ein Dreieckskissen, wie wir es dann später so oft sehen. Ja. Und dann, Sebastian, passiert ja was Ungeheuerliches. Ja. Es ist wirklich wie in so einem Spukhaus, hört man Flüsterstimmen. Macht sie da, schreckt sie so hoch, macht das Licht an mit diesem kleinen Remote-Control, die sie da hat und dabei stürzt sie dieses Glas um. Es hat nämlich eine Funktion, dieses Glas, egal ob es jetzt Zähne reinigt oder Alkohol ist. es fällt um und zerbricht. Menschenskinder, hättest du doch mal gesagt, Computer, Licht an. Aber gut. Geht nicht. Geht nicht, ne? Zu viel Strahlung macht es immer aus nachts. Aber Beverly ist jetzt wie vom Donner gerührt, aber hält das jetzt noch für so einen, ähm, ja, vielleicht so einen Albtraum oder irgendwie, vielleicht war das Naniten-Listerin-Sherry irgendwie. Ist mir irgendwie zu Kopf gestiegen, wer weiß. Da waren die falschen Naniten drin, ne? Die vom Schwarzmarkt waren drin. Ja. So, okay. Jetzt sind wir am nächsten Morgen in diesem besagten Morgen-Meeting, da spricht der Jordi, er macht da mal wieder so, hier kommt ein PowerPoint, der muss immer am Wochenende, muss der acht PowerPoints vorbereiten für jeden Tag. Und dann stellt er die Typhon-Expans vor und ja, das hier alles zu messen, das ist ganz schön schwierig, unsere Spektrometer, unsere Flux-Spektrometer funktionieren nicht so richtig und wieso die haben da noch funktioniert? Ja, aber dann kamen die Jungs aus dem Stellar Cartography und haben gesagt, ihr müsst da neue Module inzahlen. Ist alles schwierig aktuell. Ja. Was ist mit den Luminoditäten und so? Also man erzählt sich da einiges und dann, nachdem der ganze Typhon-Expans Technobabble vorbei ist, sagt Beverly noch, ich würde gern mal was erzählen. Also da ist was sehr Merkwürdiges passiert. Und ich glaube, Beverly erzählt das auch nur deswegen, weil sie schon diese komischen Rückgriffe beim Pokerspiel und bei der Jordi-Untersuchung gespürt hat. Wenn das nicht wäre, würde sie einfach denken, komm, ich habe gesponnen gestern Abend. Ja, aber sagt sie nicht auch, dass zehn andere Leute das auch mitgekriegt hätten? Das sagt sie auch. Aber vielleicht, dazu muss sie ja dann auch gecheckt haben, ob andere Leute das gesagt haben. Ja, das stimmt. Ja, genau. Und diese Leute, du würdest das ja auch nicht erzählen, wenn das so eine einmalige Sache ist. Ja, würdest du nicht deinem Chef erzählen, sag mal, Chef, gestern Abend habe ich Stimmen gehört. Ja. Ja. Dann sagt der Chef, dann gehst du mal besser zum Arzt jetzt erstmal, ne, und lässt mal gucken, ob da noch alles klar läuft. Aber dadurch, ich denke, andere Leute haben ja auch dieses Phänomen, für die ganze Crew auf der Enterprise ist das ja so, ne, und dann haben die jetzt auch mal gesagt, sag mal, das ist irgendwie komisch, ne, ich höre da Stimmen. Ja, können wir nicht verstehen, man rätselt so ein bisschen rum, ja, vielleicht ist es ein Problem mit dem Kommensystem hier, keine Ahnung, müssen wir uns mal, müssen wir uns mal in Ruhe angucken irgendwie. Aber dann, Sebastian, meldet sich ja der Worf von der Brücke und der sagt, ich habe hier komische Signale, kriege ich hier, kommt mal alle rüber. Man strömt geschlossen auf die Brücke, Roe sagt auch, wir haben ja ein Phänomen entdeckt, was irgendwie was mit der Raumzeit gemacht hat und total so fokussiert und so konzentriert ist und man hat es erst gemessen, als man quasi schon direkt da war. Und auf dem Bildschirm sieht das Ding aus wie so ein blauer, wie so eine blaue Suppe eben. Wie so was aussieht. Ja, mit viel Fantasie habe ich ein Gesicht drin gesehen, was Monsterhaftes oder so, aber ich habe da immer, ich sehe auch in Wolken immer die verrücktesten Sachen. Ja, plötzlich wirkt sich das irgendwie aus auf das Schiff, die Energielevel fluktuieren, gehen runter, irgendwas taucht in dieser Suppe auf und man stellt fest, oh, das ist ja ein anderes Schiff, was da auf uns zukommt und heraus kommt Sebastian, ein Schiff, der, wir haben ja eine Klasse, Sojus, Sojus-Klasse, der Sojus-Klasse, auch nicht mehr ganz taufrisch, darauf wird hier aber nicht eingegangen und das ist jetzt auf Kollisionskurs zur Enterprise und man ist echt nicht weit weg davon, ja, ein paar tausend Kilometer nur. Ja, was machen wir denn jetzt, fragt der PK, unser, ich brauche hier Vorschläge und da kriegt er dann zwei. Ja, bevor wir diese Vorschläge erwähnen, finde ich es spannend, dass dieses Schiff eine nur sehr behutsame Anpassung der Reliant ist. Im ersten Moment, wenn du flüchtig da hinguckst, denkst du, da kommt der Khan angeflogen mit seinem Schiff. Und dann ist das natürlich schon bedrohlich, wenn man in so einem Nebel ist und die beiden Schiffe rauschen aufeinander zu und da hat man schon so leichte Mutara-Nebel-Rath of Khan-Vibes für einen Moment, einfach nur dadurch, dass das Schiff so aussieht, wie es aussieht und es ist bedrohlich dadurch auch, finde ich. Le Mutara-Nemula. Le Mutara-Nebel. Ja. Es ist bedrohlich, ne? Okay, und dann fragt PK nach Vorschlägen und dann kriegt er genau zwei. Riker hat die Idee, und zwar geht das ganz schnell, die haben ja nicht viel Zeit. Riker hat die Idee, lasst uns die Hangartüren aufmachen und durch die Luft, die da entweicht, können wir das Schiff quasi bewegen und schießen uns so aus dem Weg. So, also das ist die eine Idee. Data, der neben Riker auf der, bei der Konsole sitzt, das ist so alles aus Picards Perspektive jetzt, der guckt so nach vorne auf Riker und Data. Riker sagt, äh, Data sagt, wir könnten auch Alternativen, aktiv unseren Traktorstrahl verwenden. Ja, wir schießen den Traktorstrahl los und knubbeln uns ein Haar von der Zunge anschließend. Nee, ich hab irgendwas im Mund, ich weiß nicht, wo das herkommt. War das ein Bier? Ja. Was ist nicht? Eine, eine Träne des, des Bierbrauers hast du da. Ja. Die bunten Tränen des Bierbrauers. Nein, ja, der Vorschlag von Data ist, wir schießen den Traktorstrahl los und damit schieben wir das Schiff quasi so rechts an uns vorbei. Und ich weiß nicht, woran das liegt, weil Data vorhin einen anderen Vorschlag gemacht hat, schon in der anderen Besprechung, die klangende, sinnvoller Klang, dass Picard instinktiv, das macht, was Data davor schlägt. Ja, Data, der Androide, das ist so, als würdest du nicht auf Spock hören. Ja, deswegen machen wir mal das schön und dann sieht man, wie die Enterprise den Traktorstrahl anmacht und das andere Schiff wird auch so ein bisschen abgelenkt, aber es rammt die rechte Warp-Gondel der Enterprise, die explodiert, spektakulär und auch wirklich spektakulär, denn auch dafür haben sie ein etwas größeres Modell der Warp-Gondel gebaut und auch da Sprengladung reingepackt, also das war nochmal eine andere. Also sie haben viel Mühe, sich mit diesen Zerstörungseffekten gegeben, diese Woche. Toll. Ja, schönes Ausrufezeichen. Ja, du sagst es. Dann passiert, im Grunde sind wir wieder an der Stelle, wo wir vorhin eingesetzt haben. Ein Riesenchaos auf der Brücke, was machen wir jetzt? Der Warp-Core explodiert und irgendwann endet es dann wieder an dieser Stelle, wo wir den Picard mit dem All-Und-Subandon-Chip, All-Und-Subandon-Chip hören und das ist auch gut, das ist so einprägsam, was er sagt. Das ist dann auch, weißt du sofort wieder, ist die selbe Situation, die wir gerade, oder es ist die gleiche Situation vielmehr, die wir gerade eben gesehen haben und das Schiff liegt in die Luft. So. Und dadurch wird das Ganze auch so eine Art Musikstück, Simon, finde ich. Mhm. Das war jetzt die erste Strophe. Das war jetzt die erste Strophe. Na, der Refrain ist ja fast eher schon die Explosion, oder? Genau, wir steigen ja in die Folge ein mit dem Refrain, das ist der Teaser. Ja. Und das ist auch tatsächlich die Szene, die sich am wenigsten in den Wiederholungen verändert, weil die Leute da natürlich alle unter Druck stehen und irgendwie nur noch funktionieren müssen und Adrenalin und da kannst du nicht mehr überlegen, hoch, das erinnert mich an irgendwas, was könnte das denn sein? Nee, da hast du nur noch 30 Sekunden Zeit und deswegen ist das dieser sehr starre Refrain und die Strophen dazwischen, die variieren, die verändern sich. Ja, die Strophen variieren. Ja, das ist ein super, super Vergleich. Mal gucken, ob wir auch eine Bridge finden. Ja, finden wir. Sehr gut, freue ich mich drauf. Ja. Jetzt geht es wieder von vorne los und jetzt denkt man, aha, die durchleben da irgendwie was, was sich scheinbar wiederholt. Also, die Enterprise fliegt wieder los und wir hören den Knockbucheintrag. Pick up, völlig entspannt. Naja, hier sind wir wieder Tiffion-Expans und Typhon-Expans wie hieß es? Tyson-Expans, weiß ich nicht. Mike Tyson-Expans. Mike Tyson-Expans. Amazon-Expans, nein. Und dann sind wir wieder im Pokerspiel, Sebastian. Und da geht das relativ so ab, wie es vorhin war, am Anfang. Aber man schaut sich eindringlich an. Der Bill, der guckt den Worf die ganze Zeit an, während der Data gibt. Das hat er bei der ersten Runde nicht gemacht. Der guckt den Worf an, so nach dem Motto, dieser Klingone. Dieser Klingone. Wir sehen hier nicht nur ein anderes Verhalten der Charaktere, sondern auch die Kamera macht andere Sachen. Hier geht's los. Also wir sehen Dinge aus anderen Perspektiven. Wir sehen dann teilweise Close-Ups der Charaktere und es fühlt sich tatsächlich anders an, obwohl ja erst mal dieselben Sachen passieren. Der Data verteilt die Karten und es sind genau dieselben wie eben. Also es sind dieselben Zahlen wie eben. Nur was eben nicht war, ist, dass Beverly mit offenen Augen da sitzt und pennt. Solange bis Worf sagt, Doktor, hallo, ist irgendwas? Achso, nee, ja, hier. Also sie ist schon, irgendwie kommt dir das komisch vor und dann geht sie diesem Gedanken nach und verliert sich darin auch. und die Bluff-Situation, die verläuft ja daraufhin ganz anders. So ist es ja, denn Riker will gerade anfangen, den Einsatz zu erhöhen, ja, guckt dann Beverly an und dann auch so einen total verwirrten, wunderbaren Jonathan Frakes Blick. Du weißt, dass ich bliffe, oder? Also du wirst meinen Bluff hier enttarnen. Wie sagt man das? Bluff callen? Wie sagt man das auf Deutsch? Keine Ahnung. Also, ja, genau. Und es ist jetzt so eine total seltsame Situation, wo sich alle angucken, auch Worf ist irgendwie verwirrt. Ja, Data weckt, glaube ich, noch am, Data versteht irgendwie aktuell gar nichts, was da los ist. Und dann kommt wieder der Anruf. Hör mal, LaForge ist hier in der Krankenstation. Hier bekommt Nurse Ogawa überhaupt mal ihren Namen. Wir hören sie dann mal. Ogawa, to Dr. Crusher. Echt? Wussten wir das vorher nicht? Nee, wusste ich auch nicht. Vorher hatte die keinen Namen so richtig. Na doch, sie hatte einen von mir, aber der war falsch. Ja, der war falsch. Ist das richtig? Jetzt geht man runter zum, nee, runter, ja, runter, nee, hin zum George, ich weiß gar nicht, wo die Krankenstation ist. Wir wissen auch nicht, in wessen Quartier wir sind, fällt mir gerade mal auf. Es ist nicht Beverly's Quartier und es ist auch nicht Data's Quartier. Könnte Bild sein, oder? Und Worf's Quartier ist auch eins ohne Fenster, genau. Das ist Bild's Quartier, in dem wir sind, richtig. Ja, hat er ein bisschen umdekoriert. Ja. Wahrscheinlich stehen die Instrumente und der Eierkocher, da das Eierpännchen direkt dahinter, so gerade so out of screen sind die. Ja, und La Forge erzählt jetzt wieder, na ja, für Fletcher fast runtergefallen, wenn Fletcher nicht gewesen wäre. Ja, aber Beverly wundert sich jetzt deutlich lauter als beim letzten Mal. Das haben wir doch schon mal. Kann es sein, dass du schon mal diese Symptome hattest und jetzt sagt La Forge ja was anderes? Diesmal sagt er, ja, habe ich. Genau, jetzt wo du das sagst, ich merke das. Ist interessant. In der ersten Schleife, die wir gesehen haben, war die Beverly diejenige, die sich am besten erinnert hat und alle anderen waren so, ja, die konnten sie beim Poker verarschen, auf der Krankenstation waren die ahnungslos und jetzt holen die langsam auf in ihrem Wissen. Das ist interessant. Genau so ist es. Ja, ja. Ja, also total komisch, ne? Ja, das sind irgendwie Kopfschmerzen. Sie überlegt ja dann weiter, das hat vielleicht auch was mit deinem Visor zu tun, dass das irgendwie so damit zusammenhängt, ja, und okay, komisch. Sehr komisch. Was ich schön finde, ist, dass hier nicht auf diesen Begriff Déjà-vu rumgeritten wird, den wir jetzt eigentlich nur in der deutschen Betitelung, und wir hören ihn, glaube ich, ein- oder zweimal auch in der Folge, aber es wird jetzt nicht so groß erklärt, Déjà-vu ist übrigens dieses Gefühl, sondern man erwartet da vom Zuschauer, dass er das checkt, was die fühlen. Ne? Das finde ich gut. Ja, und mit dieser Frage, wir haben beide Déjà-vu, was sie selbst sagen, ja, merkwürdig. Gehen wir wieder, 23.57 Uhr in Beverly's Quartier, sie beschneidet wieder ihre Orchidee, hat ihren Sherry, ihren Naniten-Sherry angekippt, aber sie ist schon so, sie fängt an der Pflanze anzuschneiden und muss erst mal innehalten. Dann nimmt sie ein Schlückchen, setzt sich hin und guckt das Glas so fragend an. Na ja, dann legt sie sich aber dann doch mal wieder hin, aber auch deutlich verwirrter und beunruhigter als noch in der letzten Schleife. So ist es. Einfach gut umgesetzt und gut gespielt, auch von Gates McFadden an der Stelle hier, das ist richtig, richtig cool. Ja, dann passiert natürlich auch wieder das, dass sie diese Stimmen hört und sich erschreckt dabei und das Glas wieder umwimst. Ja. Ja, und jetzt ist es so, dass sie nämlich nicht mehr ins Bett geht und weiterschläft und dann groß wartet, sondern sie stattet jetzt ihrem Vertrauensmann, sag ich mal, einen Besuch ab. Oh ja. Sie denkt sich nämlich, wo sie die Stimmen jetzt schon wieder hört, denkt sie sich nämlich, was war da denn los? Ja. Denkt sie sich und geht zum Jean. Natürlich. So, mein sehr verehrter Herr Käpt'n. Und Simon, du kannst mir sagen, was du willst, aber Patrick Stewart, ja, Patrick Stewart und Gates McFadden, also es geht um Milch auch gleich. Es gibt nämlich, zur Beruhigung gibt es eine warme Milch und ... Mit Muskatnuss, habe ich das richtig gehört? Ja. Aber melken ist auch das Stichwort, denn Patrick Stewart und Gates McFadden, die melken diese Spannung, die zwischen Beverly und Jean existiert auch komplett, wie sie da so ein bisschen zu nah aneinander sitzen auf dem Sofa, ja. Also die sexuelle Energie in dem Raum, die ist kaum auszuhalten, Simon. Ja, ja, findest du. Ja, ich habe das auch ein bisschen gespürt, tatsächlich, ne? Also es ist schon was Besonderes die beiden so, es ist so eine Spannung einfach da drin. Ja, Picard hat auch, das ist ja lustig, Picard hat ja wieder diese Episode, hat er wieder seinen, ich dachte erst mal, hat der einen Schlafanzug an oder was? Ja, weil der in so einem schwarzen Teil da sitzt oder ist er eben gestorben oder was ist denn mit dem Jean los, ja? Aber es ist natürlich das Ding, was er unter der Jacke trägt. Ja. Seine rote Jacke mal wieder an, ne? Kann man ja mal machen, ab und zu mal, wenn man ein bisschen anders aussieht. Aber er ist in Schwarz da und ja, Beverly erzählt dem Picard jetzt, was da los ist, wie sie sich fühlt und Picard sagt, ja, beim Lesen, in Klammern natürlich, habe ich hier stehen in meinen Notizen, natürlich beim Lesen, weil Jean keine andere Unterhaltung kennt außer Lesen, hat er gemerkt, ich habe doch das Kapitel, das habe ich doch schon mal gelesen. Ja. Das kann er nicht, vielleicht habe ich das Buch ja schon mal gelesen und wieder vergessen. Stimmt. Statt, dass er sich einfach mal abends eine Folge Ein Colt für alle Fälle anguckt, macht er vielleicht auch, gibt er nur nicht zu, ja, oder gibt er nicht zu. Simon and Simon, weißt du? Nee, 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 nee. Und er sitzt so im Wipp so mit dem Kopf, wenn die Musik da so läuft, ich kann mir den Jean da gut vorstellen. Ja, und macht sich einfach mal so ein Bier auf. Ja. So ein Unterhose, nein, in Unterhose muss es nicht sein, aber im Fein-Rip Unterhempf würde ich mir gerne mal sehen, den Jean. Ja, so dieses Unterhemd, diese Nachtwäsche, die er da anhatte in Conspiracy beispielsweise. Zum Beispiel, ja, wo die Brusthaare auch so schön rauskommen. Da haben wir es wieder. Und dann sitzt er da und dann, ja, ja, haben wir es wieder. Da haben wir es wieder. Wir sind es auch nicht mehr verlassen. Ja, diese Milch übrigens, diese Milch mit Honig oder Nutmeg oder was da drin ist, das war die Tante Adele von Picard. Und das ist eine Frau, die steckt voller Rezepte. Denn in der fünften Staffel gab es schon mal Tante Adeles Ingwer-Tee mit Honig für den Batmoral in der Episode Ensign Row, der sich dann am Ende dadurch verraten hat, dass er erkältet war und dann mit den Kadassianern unter einer Decke steckte. Also die Tante Adele, ich glaube, hier nachhören wir nicht mehr von ihr, aber da hätten sie einen schönen Running Gag draus machen können. Als nächstes irgendwie, weiß ich nicht, Hot Buttered Rum von Tante Adele. Ja, genau, der hat so rausmütlich in dem Ende, wenn es einem scheiße geht. Ach, was hätte, was hätte Tante Adele gemacht? Ja. Jean nimmt das mal ernst, was Beverly eben sagt, ne? Das ist, das ist ja auch dieses Wunderbare, was ich auch so an TNG einfach geliebt habe und auch immer noch liebe, ist, wie ernst sich diese Charaktere nehmen, ja? Und wie, wie, wie man halt wirklich, das war ja ganz am Anfang anders. Ach, Data, wer sich nervt und Data, ach, du machst ja wieder so Sprüche und Worf, jetzt halt mal die Schnauze. Know your place, you klingen. Jetzt wird jedes Wort hier wirklich auf die Goldfrager gelegt. Das ist so ein gegenseitiges Verständnis, da habe ich mich ganz wohl gefühlt. Total. Ja, das war ein gutes Gegengewicht zu Leuten, die keine Gelegenheit ausgelassen haben, damals in der Schule dir das Leben irgendwie schwer zu machen, ja? Und dabei, also ich war jetzt nicht betroffen davon groß, aber weißt du, es gab dann immer so Leute, deren einziges Vergnügen darin bestand, in irgendeiner Form für Schaden zu sorgen. Ja, vielleicht ist das auch so, der, also ich fand Leute total unerträglich bei uns in der Schule, da müssen wir auch, wir müssen mal eine Rückspultaste machen, Simon, du und ich, über unerträgliche Schulkollegen, da müssen wir ganz viele Namen blieben, aber ich bin da heute noch traumatisiert von und das beeinträchtigt mein Verhalten genauso sehr, wie Star Trek beeinträchtigt, ja? Das beeinträchtigt vielleicht sogar, dass ich denke, oh, irgendwie nervt mich der Seth Macfarlane in einem Audiokommentar, weißt du? Weil der dich an irgendwen erinnert, der vielleicht damals so, ja, ja, ist okay, ja, 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 das ist ein spannendes Thema, aber das bricht jetzt hier jeglich nicht. Natürlich, natürlich, ich wollte das nur mal sagen, lass uns das mal notieren. Ja, 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 aber. Du musst dir bewusst sein, dass ich mir das notiert habe jetzt. Ja, aber das ist vielleicht auch der Reiz, dass wir als Jugendliche gern Star Trek geguckt haben, weil wir gemerkt haben, es gibt ja okaye Leute. Es ist dieser professionelle Respekt, aber auch der freundschaftliche Umgang miteinander, ja, und natürlich ist es auch, kann man sich auch, es gibt halt eine Art, sich irgendwie Sprüche zu drücken oder sich ein bisschen zu veräppeln, auf den Arm zu nehmen, ja, die ist halt eine positive Art, die lustig ist und es gibt eine negative Art, ne? Und das hier ist einfach so positiv, wie es da so läuft. Ja, schon. Jetzt, finde ich super. Dann, was macht er, was macht er, dann sagt er, sagt er, ne, das sagt er nicht, ich muss mal eben, danke, ich bin jetzt auch gerade in so einer Schleife gelassen. Dann sagt der PK, nämlich, wir werden um sieben Uhr uns treffen, hier sieben Uhr morgens nämlich schon und dann, wir lassen mal so lange eine Diagnose laufen und dann kommen, dann sprechen wir nochmal darüber, wie es dir dann geht. Danke, sagt Beverly und schönen Dank auch an Tante Adele, sagt der PK. Ja, und dann gehen wir, eine Nacht später, gehen wir in die Besprechungslounge und die Szene da ist sehr, sehr kurz, ist ja klar, weil nämlich die Szene mit PK jetzt davor geschaltet war und jede dieser Schleifen hat bis zu dem Zeitpunkt genau einen Akt eingenommen, also eine Überbrückung von Werbeblock zu Werbeblock im US-Fernsehen. Bei Sat.1 lagen die Werbeblöcke anders und das heißt, jede Zeit, die du Szene B klaust oder an Zeit einräumst, musst du irgendwo anders aus der Schleife rausschneiden und deswegen ist hier in der Besprechungslounge irgendwie nur, werden nur sechs oder sieben Zeilen gesagt. Ja, ich glaube, Data und Geordi, es wird schon mal darüber gesprochen, über dieses Problem, was es da gibt, was Beverly auch gefunden hat, nee, wir haben nichts gemerkt. Dann passiert wieder das, ne, wir, oh, kommt mal auf die Brücke, da ist irgendwie was und auch Beverly hat ein ganz merkwürdiges Gefühl, das wird auch nochmal gezeigt, das haben wir doch schon mal alles über, das haben wir doch schon mal alles erlebt. Nicht überlebt, nicht überlebt, man hat es ja eigentlich nie überlebt und dann sieht man wieder diese Wolke, die Wolke der Woche, Sebastian, die ist diese Woche einfach cool. Jaja, das ist keine Solitonwelle. Das ist keine Solitonwelle. Das ist, mit der Wolke steht und fällt die gesamte Folge und ich habe vorhin schon mal gesagt, wenn wir auf die Brücke gehen, sobald wir auf die Brücke gehen, ist eigentlich die Szene dieselbe, wie wir sie vorhin gesehen haben und deswegen gehen wir da jetzt eigentlich mal zügig drüber. Es passiert wieder genau dasselbe, Schiff kommt raus, man folgt dem Rat von Data, die Schiffe rammen sich, die Enterprise explodiert, aber zur Abwechslung zeigt man uns mal eine andere Explosionsperspektive. Man sieht die Enterprise von hinten und dann sprüht da wie so Funkenfeuerwerk zu allen Seiten draus, das sieht irgendwie anders aus, oder? Das sieht anders aus, ja, stimmt, ja. Ja, finde ich gut, also dadurch wird es auch nicht langweilig, weil stell dir mal vor, du würdest alles, es wäre immer dasselbe, was du da sehen würdest. Jetzt sind wir direkt wieder beim Pokerspiel, ich glaube, wir lassen auch mal diesen Logbuch-Eintrag jetzt mal weg, hat man ja oft genug gesehen und jetzt sitzen alle da und sind von Anfang an schon, was? Und dann geht es ja los, alle spüren das und dann sagt er, Moment mal, Moment mal, Data verteilt die Karten, du gibst mir jetzt eine Königin. Und er verteilt, wie so ein Zaubertrick ist das, er gibt dir eine Königin, du hast jetzt eine Vier, ich habe eine Vier und dann machen alle weiter. Ja, alle wissen, was jetzt kommt, bis Data dann sagt, das ist höchst unwahrscheinlich. Ja. Wir erfahren auch von Worf, dass er Nipp-Poch spürt, das ist das klingonische Wort für Déjà-vu. Ja. Der Riker braucht noch ein bisschen, um sich zu ihm zu gesellen, innerlich, weil er sagt, ich habe das doch schon mal gemacht, sagt der Worf und Riker sagt, ja, jetzt ging es ja. Aber dann ist er ja auch so, dass er genau weiß, welche Karten kommen. Genau, ja. Sehr seltsame Situation. Und jetzt auch mit La Forge, weiß ja Beverly schon, dass der gleich kommt. Ja. Ist der La Forge schon da? Nee. Oh, ist doch da. Da ist er gerade reingeeiert gekommen. So. Und jetzt geht man schon ganz anders mit dieser Situation um. Geordi wird wieder untersucht, aber jetzt steht auch schon der Jean mit dabei. Der wird nämlich dazu geholt. Hör mal, Käpt'n, was hier gerade läuft, ist einfach unglaublich. Hattest du auch ein Déjà-vu-Gefühl neulich? Ja, beim Lesen. Mhm. Richtig. Und der Geordi, wir machen jetzt auch mal einen Scan mit ihm, während der Chef dazu guckt. Das ist ein ganz anderer Scan als einfach nur vorhin, wie mit einem Tricorder. Jetzt hängt der Geordi in so einer Apparatur von Optik Lüttringhaus drin und wird mal alles da durchgemessen, was mit ihm ist. Und da stellt man auch schon, jetzt kommt man langsam mit Messungen dem Rätsel auf die Spur. Ja, was da mit dem Geordi nicht stimmt, ist, der hat quasi eine Phasenverschiebung in seinem Visorfeld. So, und da rühren die Kopfschmerzen her. Also irgendwas hat dafür gesorgt, dass er Dinge ja sozusagen überlappend sieht, nur leicht verschoben. Ne, als wenn so ein Blick ein bisschen schwammig wäre, so stelle ich mir das vor. Oder er doppelt sehen würde. Und das ist so eine Art von Technobabble, Sebastian, die finde ich gar nicht so schlecht, weil selbst wenn ich das nicht hundertprozentig verstehe, was da jetzt genau hinter steckt oder so, kann ich das nachvollziehen. Ja, weil man auch nur zwei, drei Sätze darauf verliert, eine nachvollziehbare Sache, eine verständliche Sache rüberzubringen und nicht jetzt hier eine ganze Seite füllt. Ja, ja, das stimmt schon. Es kommt noch ein bisschen mehr Technobabble, aber das finde ich auch gut, weil man einfach mal hinhören muss darauf, dass es nämlich Störungen gibt im Dekion-Feld. Also so eine Fantasie-Feld, was irgendwie alles umgibt und der Visor hat das übersetzt in diese Fehlimpulse. Und diese Dekion-Nummer, das ist wirklich so eine Art Schlüssel, den die Charaktere jetzt bekommen, um das Rätsel zu knacken. So ist es. Das erinnert auch echt an so ein Text-Adventure wie Déjà-vu, wo du immer stirbst und dann gehst du zum Save-Game und dann versuchst du es nochmal mit dem Wissen, das du dir angeeignet hast. Ja, und ich habe auch diese Adventures auch neuerer Bauart so bekommen, wo man so Entscheidungen trifft, ja, und dann geht das in die Hose und dann ist man wieder am Anfang, ja, und muss dann wieder neue Entscheidungen treffen, lernt aber dazu. Neue Grafiken und Dialogmöglichkeiten stehen einem dann plötzlich offen, ja, wenn man das halt gelernt hat und sowas, ne. Erinnert mich, ja, an so From-Spiele auch, wo man zigfach stirbt, ja, und irgendwann dann weiß, wie es weitergeht. Ja, es erinnert so an solche Roguelike-Spiele, ja, also wo man, die sehr, sehr schwer sind, aber wo man halt ständig dazulernt einfach und besser wird mit der Zeit, ne. Und genau das ist es. Jetzt sind wir abends bei Beverly in der Kajüte, diesmal hat sie aber noch nicht mal ihr Nachthemd an, ja, oder ihr Nachtkleidung, sie steht da in Uniform, was ich auch ein schönes Detail finde, ne, weil sie weiß, irgendwas stimmt hier nicht und ich bin hier im Dienst gerade, das ist hier kein, das ist hier kein Feierabend. Feierabend geht richtig los jetzt erst. Blumenschneiden, oh, ne, Blumenschneiden kann ich nicht, also das, das mit dem Glas war irgendwas, das stelle ich mal ganz da hinten auf den Frühstückstisch und hat den Trikorder schon bei der Hand, weil sie weiß nämlich auch schon, dass die Stimmen kommen und dann kommen die Stimmen und sie nimmt sie auf, wie mit dem Diktiergerät. Richtig. Ja, aber sie hat es ja so weit weggestellt, Sebastian, ist es denn heile geblieben diesmal? Nein, sie ruft den Geordi und sagt, ja, Geordi, ich habe hier was gehört, aber ich habe es aufgenommen und dann sagt er, oh, die Sensoren haben auch was gemerkt, komm mal her und dann läuft Beverly los und, na, das ist so ein bisschen überinszeniert, finde ich, nimmt so ihr Mäntelchen und damit reißt sie das Glas um und das wirkt leider nicht wie so eine sehr natürliche Bewegung, sondern es wirkt so, ja, gut, hat sie halt das Glas jetzt umgerissen, würde man im echten Leben nicht machen. Ja, vielleicht, ich habe schon ganz andere Sachen umgeschmissen. Ja, naja, ist das, Sebastian, ist das ein Hinweis oder eine falsche Fährte vielleicht oder was auch immer an den Zuschauer, dass man die Ereignisse gar nicht beeinflussen kann? Es soll hier dir so richtig ein mieses Gefühl mitgeben, das Schicksal ist unausweichbar. Und wie das Glas immer wieder zerschellt, so muss die Enterprise bis in alle Ewigkeit explodieren, super ist das. Ja, auch eine coole Idee einfach. Ja. So, jetzt trifft man sich mal auf einem neuen Set, nämlich steht man im Maschinenraum, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und untersucht jetzt dieses Stimmgewirr. Erstmal sagt Data, die Stimmen sind echt, das sind Stimmen auf jeden Fall und ja, man versucht das so ein bisschen zu entzerren und so eine Analyse zu machen und dann Data kann das ja auch viel besser verarbeiten. Und der sagt, naja, das Ganze sind tausend Stimmen ungefähr, so um die tausend Stimmen und es sind tatsächlich unsere Stimmen. Es sind die Stimmen der Enterprise Crew. Gibt's ja gar nicht. Und zeitgleich war wieder eine Dekion-Verzerrung, als das war. Ja. Auch ganz wichtig. Für mich hören sich die Stimmen nicht wie tausend an. Tausend Stimmen klingt nach mehr. Ich habe schon mal im Audacity zehn übereinander gelegt, das hat krasser geklungen. Aber gut. Ich glaube, je mehr Stimmen, desto mehr wird das zu so einer Art Brummton. Das sagt man ja, wenn man zum Beispiel in einem Stadion ist oder auf einem Konzert, wo ganz, ganz viele sind, da ist das ja weniger ein Gewirr, das ist ja fast so ein Ton. So ein Rauschen wird das dann. So ein Rauschen ist das dann. Genau. Ja. Ja. Und als Data sagt, es sind unsere Stimmen, da blenden wir zur Werbepause ab. Und du hast vorhin gefragt, gibt es in diesem Musikstück auch, eine Brücke? Ja, es gibt eine Brücke. Denn dieser Durchlauf ist doppelt so lang. Der hat eine Werbepause in der Mitte. Sonst war es immer so, dass wir vor der Werbung die Enterprise in die Luft fliegen haben, sehen. Dieser Durchlauf ist der einzige, der zwei Akte füllt. Wo der eben nicht mit einer Explosion der Enterprise in die Werbepause schickt, sondern wir kommen aus der Werbepause raus mit Geordys PowerPoint gleich. Was uns jetzt auch zeigt, dass das irgendwie so der Kerndurchlauf ist, in dem alle ganz besonders viel lernen über das, was da gerade stattfindet. Stimmt, ja. Ja, und die PowerPoint-Präsentation, die hat sich jetzt dramatisch verändert, zu der, die wir vorhin gesehen haben. Denn der Geordi hat ja schon eine These aufgestellt. Durch diese ganzen, mit den Feldern und so weiter, sagt der Geordi. Das klingt jetzt zwar unglaublich, was ich euch sage. Aber wir glauben, dass irgendwas dafür verantwortlich war, dass wir hier das Raum-Zeit-Kontinuum einfach beeinflusst haben und jetzt in so einem temporalen Fragment quasi gefangen sind. In so einer Blase, die sich ständig wiederholt, die immer bis zu dem Punkt geht, was der Auslöser war dafür. Und dann wieder zurückgeht, ja, und dann wiederholen wir das. Und wir haben keine Ahnung, wie lange wir das hier schon machen. Und am Ende passiert immer irgendwas und dann geht es wieder auf Null. Und wir können uns an nichts erinnern. Das heißt, jedes Mal, wenn wir da durchgehen, denken wir, dass es das erste Mal ist. Und jetzt habe ich gedacht, Moment, 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 Moment. Und jetzt kommen zwei Fragen an dich, Simon. Ja. Man wird komplett zurückgesetzt, ja. Das heißt, Erinnerungen und alles werden gelöscht. Man altert ja auch nicht darin. Also die könnten darin wahrscheinlich Jahrzehnte verbringen und sehen wir am Ende auch. Da kannst du Jahrzehnte drin verbringen, ohne älter zu werden. Einfach, weil quasi dein gesamter Metabolismus zurückgesetzt wird. Wo kommen die Erinnerungen her? Wo kommen diese Déjà-vu-Gefühle her? Ja, aber wird das nicht irgendwie erklärt, dass durch dieses Feld, dass die quasi in diesem Feld gespeichert werden? In diesem... Dekion-Feld. Ja, Dekion-Feld irgendwie, dass das immer so anläuft da irgendwie. Ist das nicht die, war das nicht die Erklärung? Ja, jetzt wird es natürlich dadurch sehr metaphysisch, weil das hat so dann den Eindruck, wir hinterlassen quasi einen Teil unserer Seelen hier. Und beim nächsten Mal spüren wir das wieder, wenn wir da wieder durchfliegen. Und da geht es dann von der Science-Fiction so ein bisschen mehr in die Esoterik auch rein. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Das kannst du dann ja auch mit Dekion irgendwie erklären, denke ich mir. Aber die zweite Frage, Simon, ist, diese Crew, die da am Ende der Folge uns begegnet, die haben das ja schon viel, viel länger mitgemacht. Die machen aber auf mich den Eindruck, als hätten die da noch nie was von gemerkt, dass sie in der Zeitschleife stecken. Ja, das ist mir natürlich auch aufgefallen. Ich hätte die Frage jetzt auch später gestellt, wenn wir dieser Crew dann begegnen. Hätte ich dich auch gefragt, sag mal, ist das für die jetzt völlig normal gewesen? Aber, so richtig wird das ja nicht klar. Also wir lernen die ja nicht kennen. Ja. Weißt du, also wir sehen die ja nur ganz kurz. Wir sehen dann auch einen Schauspieler ganz kurz, den ich nicht erwartet hätte. Habe ich total vergessen, dass der da mitspielt. Vielleicht haben die das ja auch schon seit Jahren. Ja, Jahren in so einer Hölle leben die, wo die komplett agitiert sind den ganzen Tag und es nicht rausfinden, weil ihnen quasi nicht der Androide fehlt für die entscheidende Idee oder die, weißt du, also das ist halt, keine Ahnung, wie es denen geht. Wird nicht gesagt. Man hat halt so das Gefühl, unsere Crew, wenn die das 80 Jahre machen würde, die könntest du in eine Klapse einweisen. Wahrscheinlich. Weil die sitzen nur noch da und jeder Schritt, jede Bewegung, jedes Augenzwinkern, denken sie, was ist denn das? Das kenne ich doch. Nein. Was ist das? Oder irgendwann hast du auch alle Variationen durch. Und dann stumpfen sie ab und dann machen sie das alles automatisch und dann fangen sie irgendwann mal an, gar nichts mehr zu machen, weil sie wissen, es endet sowieso so, wie es endet. Und da passiert wahrscheinlich dann über Jahrzehnte hinweg irgendwie eine Entwicklung. Und bei den anderen, ja, ach so. Die Idee ist ja auch nicht komplett alt. Das machen andere Filme, habe ich auch schon in anderen Science-Fiction-Filmen gesehen. Mir fällt seine Titel nicht ein von einem, der relativ neu ist, der das auch macht. Wo die Leute halt komplett wahnsinnig werden, weil sie immer wieder dasselbe erleben. Und da gibt es dann Zeitschleifen, die gehen halt den ganzen Tag und eine geht nur so drei Sekunden. Steht einer auf, läuft so da und explodiert was. Also das ist dann eine Zeitschleife. Und das ist schon ziemlich fies. Erinnert mich auch wieder an, Nio. I have no mouth. Ja, ja, Harlan Ellison, so was Fieses, was der schreiben könnte und so. Ja, also gut, also dieser erste Punkt, den du gesagt hast, das stimmt schon, das wird nicht so richtig erklärt. Also ich rede es ja irgendwie von Echos. So, Echos. Ja. Echos in diesen Dingen, wie die jetzt physikalisch. Also es müsste dafür eine physikalische Lösung geben. Vielleicht ist das auch eine metaphysische. Ich weiß nicht, sie stirbt mich aber nicht. Das ist jetzt nicht so, dass ich denke, jetzt geht es aber hier, jetzt landen gleich die Vogonen. Ne, wie hießen die von Scientology nochmal? Das weiß ich nicht. Nicht Vogonen auf jeden Fall. Der große Xenon. Ist auch egal. Ja, also. Landen gleich die Vogonen. Ja. Also okay. Posenik, Vogon, Gels, ja. Ja. Also man weiß auch gar nicht, wie lange man da schon drin steckt, wie oft man das schon gemacht hat. Vielleicht ist man da schon Jahre da drin. An diesem Punkt würde ich ja jetzt mal auf die Brücke gehen und sagen, liebe Sternenflotte, hallo, hört ihr uns? Könnt ihr uns mal sagen, wie spät es ist? Ja, das ist jetzt natürlich, das stimmt, das stimmt absolut. Ich wünsche das jetzt mir nicht gesagt, weil da darf man nicht dran denken, sonst fällt das ja in sich zusammen wie ein Pokerkartenhaus. Ja. Aber ja, das Richtige wäre gewesen, natürlich jetzt mal jemanden darüber zu informieren. Übrigens, wir stecken hier in dieser Zeitschleife fest, hilf uns doch mal. Du könntest ja auch dann noch sagen, ja, unsere Kommunikation wird zu uns zurückreflektiert, weil wir sind in einer mehrere Lichtjahre großen Dekion-Blase, aus der du nicht herauskommunizieren kennst. Hätte ich sofort gesagt, alles klar. Sagen sie mir nicht. Sagen sie nicht. Also man unternimmt auch nicht mal den Versuch. Ja, denken sie bestimmt. Alle sind so gebildet und so schlau, die wissen, ja gut, Dekion-Blasen, klar, kannst du nicht kommunizieren, das geht nicht. Ja. Haben wir gehabt in der Akademie alle, beim alten Bielinski. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt kam. Also Sebastian, jetzt geht es weiter. Ja. Wie kann das alles sein? Ja. Naja, dann sagt Data, es könnte einen gewissen Punkt geben, eine Katastrophe an Bord der Enterprise. Dann diese Explosion hat dieses Space-Time-Kontinuum gestört, zerstört an der Stelle und jetzt müssen wir irgendwie versuchen, aus dieser Schleife auszubringen. Aber du sagst, das Problem ist, wir vergessen das, was wir hier gelernt haben. Das ist weg, wenn wir beim nächsten Mal wieder starten. Das ist einfach weg. Wir müssten es irgendwie schaffen, uns eine Nachricht zu senden. Also jetzt kommt man ja schon zum Punkt. Wie können wir unsere Nachfolger sozusagen, die das Ganze nochmal erleben müssen, wie können wir die darüber informieren, was wir jetzt schon rausgefunden haben, damit die einfach auch mehr Zeit haben, darauf zu reagieren? Richtig. Okay, lass uns aber mal was überlegen. Wir können etwas schicken, was nicht lang ist. Das können wir in eine Dekion-Nachricht, Flaschenpost reinprogrammieren. Und Data, Data könnte das auffangen. Data läuft dann da so her und irgendwie hat er so ein, das ist wie Kurzwelle. Ja, genau. Geht dann so der Dekion in ihn rein und dann macht das was mit ihm auf unterbewusster Ebene. Interessant, er hat eine unterbewusste Ebene, der Data. Ist auch interessant, ne? Total, ja, diese Informationen, die irgendwie, wo er nicht direkt dran denkt, aber die trotzdem dafür sorgen. So Unterprozeduren stelle ich mir so vor, ja, und Funktionen, die irgendwie ausgeführt werden, damit er zu seinen Erkenntnissen gelangt. Und die sondern halt manchmal auch andere Sachen ab. Und man sagt auch, das könnte so eine Art posthypnotische Suggestion sein, die er kriegt. Wir wissen es nicht genau. Das ist ja das Spannende. Aber wir müssen das jetzt nutzen. Ja. So. Was wir allerdings übersprungen haben, ist, dass man sich mal anhört, was die Stimmen sagen. Und wir bekommen auch von Data erzählt, ja, das sind so und so viele Gespräche und ein paar poppen auch gerade. Aber das Interessanteste ist das, was ich hier, Captain, sie werden ihre Stimme wiedererkennen, was ich hier. Und dann hört man den Refrain, dieses All-Hands-Abandon-Ship, All-Hands-Abandon. Und darin steckt natürlich, es gibt eine absolute Vollkatastrophe auf der Enterprise. Alle sterben und Jean ist hilflos dagegen, etwas zu unternehmen. Und natürlich sieht man auch in dieser Besprechungsraum-Szene sein Gesicht. Und der sieht auch wirklich bis ins Mark erschüttert aus, weil er sich denkt, scheiße. Ja. Ich höre hier gerade, wie ich mein Schiff in die Luft habe fliegen miterleben müssen. Genau, ja. Also sie sieht aschfahl aus. Da passt seine graue Uniformjacke sehr, sehr gut. Und genau, das ist jetzt, dadurch kommen sie halt, da hast du recht, das haben wir vorhin übersprungen. Und da kommen sie drauf, es ist eine Katastrophe, die das irgendwie ausgelöst hat. Irgendwas Schlimmes passiert. Und es wird wieder passieren. Und wir haben uns offensichtlich falsch entschieden. Bis jetzt. Weil wenn wir das nämlich, das ist ja die These, wenn wir das dann verhindern, diese Katastrophe, dann ist die Schleife durchbrochen, weil diese Blase ja nicht mehr entsteht im Grunde. Und dann sind wir frei. Und jetzt musste ich an dieser Stelle an eine Folge denken, Simon, wo ich dachte, das hatten wir doch schon mal. Denn in der Episode Time Squared, da ist der Picard in einem Shuttle aus der Enterprise ausgestiegen, um mal was anderes zu probieren, hat dann gesehen, wie die Enterprise in die Luft geflogen ist. Und dieser Picard ist dann als so ein psychisch total gestörter, katatonischer Typ in der nächsten Schleife gelandet. Und man musste sich erst mal überlegen, ja, was machen wir denn jetzt, damit das nicht wieder passiert, diese Scheiße hier? Und da ist mir dann das erste Mal gedämmert, als ich jetzt vor zwei, drei Tagen diese Folge gesehen habe, dass Cause and Effect in gewisser Weise auch ein Remake von dieser Time Squared Nummer ist. Ja, ein Remix, um hier mal im musikalischen Jargon zu bleiben. Ja, stimmt, auf jeden Fall. Also das ist in den Grundzügen ist es dieselbe Story, aber komplett anders erzählt. Von daher ist mir das jetzt, wo du sagst, ich habe da auch nie dran gedacht, an diese Parallele, obwohl die völlig offensichtlich ist. Ja, sehr spannend, dass du das sagst. Aber ich finde nicht, dass ich, ich finde trotzdem, dass das, ich habe es vorhin schon gesagt, dass das total frisch wirkt. Ja. Die Folge damals fanden wir auch cool, übrigens. Ja, das ist super, super. Also ich bin da voll drin gewesen wieder jetzt. Ja gut, also jetzt, wir haben es gesagt, Data braucht irgendwie eine Nachricht, der wird jetzt auch präpariert, dass er das überhaupt speichern kann. Da wird jetzt so ein extra Chip eingepflanzt oder was weiß ich, wie sie das dann machen. Beverly und LaForge präparieren. Data sozusagen. Dann sagen sie was Interessantes. Dann sagt nämlich der LaForge, das haben wir doch auch bestimmt schon tausend Mal gemacht hier und sind gescheitert. Und dann sagt Beverly, ja, aber hat einer von euch ein Déjà-vu? Nee. Das ist so ein gutes Zeichen, oder? Ja. Und das finde ich sehr raffiniert. Ja. Das finde ich sehr, sehr raffiniert. Du musst so irgendwas machen, wo du nicht denkst, das habe ich schon mal gemacht. Weil das könnte zur Erlösung führen. Cool, finde ich. Jetzt brauchen wir nur eine Botschaft. Ja. Brauchen wir nur eine Botschaft. Mit dieser Idee gehen wir jetzt das nächste Mal auf die Katastrophe. Denn Riker sagt, kommt mal bitteschön alle zur Brücke. Und der rote Alarm geht los. Und da wissen wir schon wieder, aha, aha. Aber diesmal ist irgendwie, vielleicht auch, weil man sich schon so früh morgens getroffen hat, ist irgendwie mehr Zeit vergangen zwischen dem Meeting und der Katastrophe. Weil man konnte da runtergehen, Data aufschrauben, Dekion-Teil rein. Er hat sich eher getroffen, glaube ich. War das nicht so, dass sie sich irgendwie eher getroffen haben? Schon um sieben Uhr, um das Ganze zu besprechen. Also sie hatten wahrscheinlich eine Stunde mehr Zeit. Ja, ja, ja. Einfach, ne? Genau, Refrain. Alles wiederholt sich im Grunde. Nur als Data dann quasi, also kurz bevor die Enterprise in die Luft fliegt, bevor alles wieder in den Arsch geht, tippt der Data in seiner Handtastatur, ja, oder in seiner Armtastatur tippt er was ein. Und wir wissen nicht genau, was das ist, aber das ist die Botschaft, die er quasi in der Zeit jetzt zurückschickt. Und als Echo, so. Die Enterprise explodiert und wir sind wieder zurück am Pokertisch, nach dem Logbuch-Eintrag, den wir jetzt schon ganz oft gehört haben. Es ist lustig, dass der Picard da nie ein Déjà-vu hat bei dem Logbuch-Eintrag, ne? Ja, genau das, genau das haben wir hier stehen. Hätte Picard doch, weißt du, was cool gewesen wäre, wenn er das vorliest und mal kurz zögert. Einfach nochmal so kurz sich verhaspelt. So, weißt du? Also wenn er so, äh, was? Wir sind hier eben, äh, Tachyon-System und so. Das wäre halt cool gewesen. Oder ist das noch außerhalb der Schleife? Und das wird uns nur einfach wiederholt gezeigt? Nee, das fände ich doof. Das fände ich jetzt irgendwie doof. Kann natürlich sein, aber das würde ich nicht glauben. Okay. Ja, also jetzt sind wir wieder beim Pokerspiel und jetzt, Simon, ist die Inszenierung ganz interessant, finde ich. Weil die Kamera schleicht um den Pokertisch wie ein unsichtbarer Beobachter. Jetzt wird es gruselig. Man hat das Gefühl, da ist jemand Fünftes im Raum, der diese beobachtet. Und ich habe das so mir erklärt, dass das jetzt das Schicksal ist. Das ja eigentlich will, dass die Enterprise explodiert und das wie so ein böser Geist da durchspucht und das alles beobachtet. Das ist natürlich alles total übertriebener Quatsch eigentlich. Aber hier erhellt auf einmal durch diese Kameraperspektive, zumindest für mich, diese böse Wiederholung, so eine Präsenz. Schon. Ja, das ist total cool. Und vor allen Dingen wirkt es dadurch ja noch losgelöster von so einer Alltagssituation. Es ist halt eben nicht mehr nur ein Pokerspiel, was die gerade machen, sondern kommt mal in die Puschen, Leute. Und hoffentlich kommt die Nachricht jetzt an, weil was ihr da macht, ist, ihr vergeudet nur Zeit. Ja, ihr werdet halt draufgehen, wenn ihr nichts macht und sowas. Und dann ist das schon cool gelöst. Und das macht das Ganze auch interessant. Und das macht das Ganze auch dann interessant, wenn man die Folge zum zweiten und dritten Mal sieht und schon weiß, was passiert. Obwohl das in die Puschen kommen müssen, sie eigentlich nicht. Weil sie haben ja immer den gespeicherten Spielstand. Immer. Ja, aber sie müssen das Problem lösen, Sebastian. Sonst verlieren sie ja schon wieder. Und die Frage ist ja, ob sie in diesem Spielstand dann wieder so weit kommen, dass sie halt drauf kommen, dem Data eine Nachricht zu schicken. Ah, ja, das wäre natürlich, wenn die Episode länger gewesen wäre, hättest du natürlich auch die Stakes erhöhen können, dadurch, dass du mal eine Schleife zeigst, in der sie einen Schritt zurück machen. Ja, genau. Wo du denkst, oh nein, nein, jetzt eine völlig andere Idee haben auf einmal. Die total scheiße ist einfach. Die total scheiße ist, ja. Oh, Leid zum Erdnenship. Ja. Ja, ja. Aber gut, jetzt passiert ja noch mal wieder was. Nach dem Zaubertrick vom letzten Mal geht's ja jetzt in den absoluten Karten-Zaubertrick-Modus rein. Ja, denn alle sitzen wieder da und wissen, wir haben das schon mal gemacht. Aber die Karten, die Data austeilt, sind andere. Es sind alles plötzlich immer Dreierpaare. Ne, sagt man Dreierpaare? Immer Dreiergruppen. Immer Dreiergruppen, die er austeilt, ne, also immer drei von derselben Farbe. Und da wundern sie sich, Moment, warum, warum drei auf einmal? Es kriegen erst alle Dreien und dann kriegen sie alle einen Dreierpasch. Dreierpaar, Dreierpasch, genau. Pasch war das Wort, was ich gesucht habe. Pasch ist, glaube ich, beim Würfeln, aber egal. Ich kenne halt Dreier einfach nur, den Begriff, so. Three of a kind, halt. Ja. Und in der nächsten Szene sind wir dann bei La Forge wieder. Und der erzählt schon wieder seine Story. Und auch wieder, das wiederholt sich auch. Ja, ja, ich habe das schon mal gehabt. Jodie wird sofort untersucht. Keine Zeit wird verloren. Jetzt sieht man auch, jetzt ist die Kamera so von unten. So beide, wie sich beide so unterhalten. Guckt die Kamera so von unten nach oben. Du siehst selten die Decke der Krankenstation. Hier siehst du die richtig gut, lange. Ja, stimmt's, genau. Man kommt wieder auf dasselbe. Ah, der Visor und diese Phasenverschiebung. Und dann sehen wir auch mal Jean in seinem Ready Room am Lesen. Da sehen wir endlich mal die Szene, wo er liest. Der blättert und blättert und denkt sich, das habe ich doch schon mal gelesen. Das habe ich doch schon mal gelesen. Möge ja auch noch gar nicht sein. Und dann wieder zur Krankenstation gerufen. Aber Simon, das ist eine von zwei Szenen, die ich ein bisschen schade finde. Wieso? Die ganze Episode ist eigentlich eine Beverly-Episode. Denn es ist immer aus Beverleys Perspektive. Selbst wenn am Ende auf der Brücke der Refrain gespielt wird und die Enterprise in die Luft fliegt, ist Beverly dabei. Aber ansonsten ist Beverly beim Pokerspiel. Beverly schneidet ihre Blumen. Beverly kümmert sich um Geordi. Beverly steht mit Data und Geordi auf der Krankenstation. Wir bleiben immer in ihrer Perspektive. Gates McFadden ist in jeder Szene. Aber in diesem allerletzten Durchlauf verlassen wir zweimal ihre Perspektive. Das ist das erste Mal davon. Und ich weiß nicht warum, aber für mich fühlt sich das irgendwie falsch an. Wie geschummelt. So nach dem Motto, eigentlich müsste man doch in der... Hör mal, ihr wollt uns hier eine Beverly-Perspektiven-Sache erzählen. Ach, und jetzt geht ihr da raus. Also ich bin ja ein großer Freund davon, wenn man in einer Perspektive erzählt, dass man in dieser Perspektive bleibt. Es sei denn, wir kommen zu einem Kapitelwechsel sozusagen. Also zu einer wirklich anderen Handlung. Ich hasse es, auch in Büchern. Ich finde es auch ganz schlecht geschrieben immer. Wenn innerhalb einer, manchmal sogar innerhalb eines Absatzes die Perspektive wechselt. Ja, das ist einfach schlechtes Schreiben und so. Und das reißt sich komplett raus und sowas. Mir ist es hier nicht negativ aufgefallen. Mhm. Tatsächlich. Also für mich war das eher so, ah, jetzt check es die anderen auch mal. Also die sind jetzt auch mit dabei, so direkt von Anfang an. Und da ja sowieso die Lösung auch wieder eine Summe ist aus Beverly Merkt was. Und dann addieren andere Leute was dazu und so. Und das ist eine Summe aus diesen einzelnen Beobachtungen, die da gemacht werden. Und dem Expertenwissen und sowas fand ich das an der Stelle tatsächlich gar nicht so schlimm. Ja, es wäre konsequenter gewesen, da stimme ich dir zu. Also konsequenter gewesen, wenn man da in Beverlys Perspektive gewesen wäre. Aber dann hätten wir John nicht beim Lesen gesehen. Natürlich. In seinem schwarzen Lesehemd. Und das ist doch, das ist doch auch schön. Das ist das Lesehemd bestimmt. Das ist das Lesehemd, ja. Aber es macht, ich habe auch viele Jahre überhaupt erstmal gebraucht, um zu schnallen, dass das eine Beverly Episode ist. Ich habe immer gedacht, das ist eine Folge, da geht es einfach um die Crew. Echt? Nee, für mich war auch Beverly. Das war immer eine Beverly Episode, weil es halt am Anfang so aus ihrer Perspektive alles ist. Ja, na gut. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mal eine Best-of-TNG-VHS-Box hatte. Halte ich fest, zum zehnjährigen Jubiläum von The Next Generation. Wurde veröffentlicht 1997. Gab es für einen Spottpreis. War einfach nur so eine gute Auswahl drauf. Und da drauf waren jeweils zwei Episoden für jeden der sieben Hauptcharaktere. Jean, Bill, Worf, Geordi, Diana, Data, Beverly. Habe ich einen vergessen? Ich glaube nicht. Und... Worf, hast du Worf gesagt? Worf, ja. Aber ich meine auch, ja. Und weil es aber 16 Folgen waren, gab es auch zwei Episoden da drauf, die die ganze Crew irgendwie behandelten. Ja, also die hießen dann auch Enterprise Crew. So, dann hattest du so ein Best-of. Und eine von den beiden Enterprise-Crew-Episoden war Cause & Effect. Und damals, 1997, als ich diese Box hatte und dann guckte, habe ich gedacht, das stimmt ja eigentlich gar nicht. Beverly hat ja drei Episoden auf dieser Box. Eine mehr als alle anderen. Dadurch, dass eine von diesen übergreifenden Episoden Cause & Effect ist. Naja. Ja, aber es ist auch keine komplette Beverly-Folge, finde ich. Also es ist schon was dran. Klar wird das am Anfang aus ihrer Perspektive erzählt. Aber es sind ja trotzdem alle involviert. Und das ist nicht so, dass Beverly irgendwie einen Drittcharakter kennenlernt oder so. Oder wo anderweitig da mit irgendwas beschäftigt ist. Sondern es ist ja schon eine, und das liebe ich ja auch so an der Folge. Und die ist auch sehr nah deswegen an meinem Herzen, weil das auch so eine Folge ist, die sich auf unsere Jungs und Mädels konzentriert. Ja, Troy hat hier wenig zu tun. Sehr wenig. Leider in der Folge, was ich ein bisschen schade finde, dass sie nicht so ein, zwei gute Szenen einfach hatte. Aber sonst sind sie irgendwie alle am Start. Und das finde ich irgendwie geil. Ja. Das stimmt. So. Jetzt aber, Sebastian, ist es so. Wir haben diesen Kartentrick schon gehabt. Und jetzt gibt es auch sofort eine Diagnose von Data. Und da taucht hier schon wieder die Nummer drei auf. Ja, richtig. Nach der Geordi-Untersuchesszene weicht schon wieder einmal die Beverly-Regelhaftigkeit auf. Denn der Schorsch und der Schorsch und der Data sind alleine in Engineering. Und keine Beverly weit und breit zu sehen. Also da wird dieser Perspektivwechsel das zweite Mal durchgezogen. Und man macht irgendwie Warp-System-Untersuchungen. Und dann macht es auf der Konsole vom Datasheet drei, 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 drei. Überall drein. Kann auch nicht sein. Und Data sagt schon, wo ich gehe und stehe. Überall dreien. Seit zwei Stunden. Total seltsam, ne? Dr. Crusher haut ihr Glas mal wieder um. Und das Lustige ist, diesmal sehen wir das nicht, sondern wir hören's. Und ich musste da sehr lachen drüber, weil das eine coole Idee ist, nicht zum dritten Mal Beverly sich irgendwie komisch verrenken zu sehen oder so, ne? Sondern sie redet halt, sie funkt mit den beiden. Okay, alles klar. Clear. Alles in Ordnung, Beverly? Ja, ja, alles in Ordnung. Ich komme. Das ist schön, ja. Jetzt gehen wir in den Besprechungsraum und der böse Geist guckt den Leuten von oben zu. Der scheint unter der Decke zu schweben. Das ist von oben runter gefilmt, ne? Ist das gut und du merkst, dass der Freakster Bock drauf hatte, hier das jetzt so zu machen. Ja. Und es ist super. Es ist richtig cool. Und auch das wirkt ja frisch, weil wir solche Perspektiven nicht immer sehen. Es ist auch gut, dass wir die nicht immer sehen. Ja, sondern nur zu so besonderen, das Ganze ist für mich wie so eine Event-Episode, ne? Und zu so besonderen Event-Episode muss man das einfach mal machen, sowas. Ja. Ja, jetzt wird das Ganze nochmal aufgearbeitet. Alle sind schon relativ schnell da, wo sie auch beim letzten Mal waren. Hier Zeitschleife und wir steckten da irgendwie fest und da war eine Katastrophe und die Stimmen und so weiter und so fort. Dann sagt Wolf, was interessant ist. Der sagt, naja, warum legen wir die einfach in den Rückwärtsgang ein? Ja, aber vielleicht ist ja das, was uns genau dazu führt, dass wir das Problem bekommen. Und jetzt meine Frage an dich, Sebastian, was würde passieren, wenn sie einfach zurückfliegen? Man weiß es nicht. Es kann sein, dass in dem Moment die Schleife wirklich unterbrochen ist. Es kann aber auch sein, dass man schon wie mit so einer unsichtbaren Nabelschnur mit diesem Phänomen verbunden ist und dann taucht es, egal wo man in der Teil von Dingens ist, taucht es dann da einfach auf und die Dingenskirchen, die Boseman rauscht da raus. Und dann ist halt die Frage, das ist ja diese Glas Geschichte, die uns da so ein bisschen auf diese Fährte locken kann. Ja, können sie es nicht verhindern, weil es ja einfach weiterläuft, die Zeit. Das ist vorbestimmter Schicksal und so weiter. Und vielleicht taucht dann dieses Ding wieder auf und so. Und das wird ja nicht beantwortet, diese Frage. Aber ich finde es cool, dass man darüber nachdenkt. So, was wäre, wenn? Ja, wo? Das inspiriert einen. Das ist eine Muse, die Episode. Da denkt man drüber nach und das finde ich cool. Das finde ich super. Ja, das stimmt. Richtig. Rückwärts fliegen ist wie das Glas auf den Frühstückstisch zu stellen, damit es nicht kaputt geht, ne? Genau. Das kann genauso gut, weißt du, dann machst du irgendwie anders. Gegen andere. Toll. Und jetzt erfahren wir aber auch, dass die Dreien das Schiff quasi übernehmen. Und der Data, also wenn das posthypnotisch und unterbewusst ist, dann muss er aber mächtig viel Zeit trotzdem damit verbringen, irgendwie Dreien zu pflanzen auf der Enterprise. Denn wir hören, 2085 ist die Drei schon aufgetaucht in dieser Schleife. Wahnsinn. Funktioniert, also diese Nachricht, ne? Wir wissen natürlich noch nicht, was mit der Drei gemeint ist. Und jetzt, Sebastian, geht es ja wieder los. Der Notsignal kommt, jetzt sehen wir mal, wie alle auf die Brücke marschieren, so, aus dem Raum hinten raus. Alle marschieren auf die Brücke, verteilen sich. Und jetzt geht wieder der Refrain los, ne? Was haben wir denn mal, was haben wir beim letzten Mal gemacht? Was haben wir jetzt gemacht? Ja, wie, wie, wie gehen wir jetzt miteinander um? Und da taucht jetzt plötzlich das andere Schiff auf. Dass sie übrigens, das haben wir überhaupt noch nicht gesagt, in den letzten Versuchen immer wieder versucht haben, Kontakt mit aufzubauen, aber es gab keine Antwort. Ja, richtig, natürlich. Weil die genauso wenig Strom haben wie die Enterprise. Ja, man fliegt aufeinander zu, man kriegt wieder die beiden Vorschläge. PK entscheidet sich wieder für den Data-Vorschlag. Jetzt langsam denke ich, dass der Pikama sagen müsste, ich merke, dass ich immer den Data-Vorschlag nehme, so als Déjà-vu. Vielleicht sage ich mal was anderes, weißt du? Aber das passiert in dem Moment nicht. Passiert in dem Ding nicht, ne? Nee, aber es passiert ja was anderes. Es passiert was anderes, denn der Data will gerade loslegen, will diesen Traktorstrahl starten. Und dann ist es so schön gefilmt, weil der Riker steht ja neben ihm. Und dann guckt der Data so nach links und dann sieht er die drei Pinnekins an Rikers Uniform, die ihn halt als Commander legitimieren. Ja, also das ist halt der Commander. Drei von den Rangabzeichen. Und Sebastian, dann ist es soweit, dann fallen bei Data die Groschen und er sagt, das wird nicht funktionieren. Und er war dann auch gar nicht darauf, was der Käpt'n sagt, sondern er sagt, ich mach jetzt das andere. Ja. Ich mach jetzt das, was der Mann mit den drei Punkten da vorgeschlagen hat, nämlich die Shuttle Bay dekomprimieren. Und das ist auch die Hauptshuttle Bay? Dekompressieren meine ich, oder? Nee, dekomprimieren. Dekomprimieren, ja. Das ist auch die Hauptshuttle Bay, Shuttle Hangar 1. Das ist der, der hinter der Brücke sitzt. So zwei, drei Etagen unterhalb der Brücke. Und in diesem Shuttle Hangar sind wir die ganze Serie über nie. Nie, 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 nie. Immer wenn wir einen Shuttle Hangar besuchen, ist das zwei oder drei. Das sind die kleinen hinten am Hals. Ja, Schweinskopf-Sülze-Fans wissen, dass wir uns mit der Sektion, wo die beiden gesessen haben, lange, lange, Woche für Woche befasst haben. Aber wir sind in Shuttle Hangar 1 nie. Und für diese eine Sequenz hat man tatsächlich mal eine kleine Miniatur aus Pappe gebaut vom Shuttle Hangar 1, um das mit dem Rolltor aufzumachen. Dann stehen da zwei kleine Shuttles drin und dann pustet man da so ein bisschen Staub raus, damit man diesen Effekt hat von da wird dekomprimiert. Und das ist toll, dass wir endlich mal den großen Shuttle Hangar sehen, weil ich glaube, der wäre auch sonst immer teuer zu filmen gewesen, denn das ist ja ein Ding, das ist mehrere Fußballfelder groß. So ein Set gibt es nicht bei Paramount. Nee, 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 schade. Obwohl, auf der anderen Seite auch ganz gut, weil dann ist die Fantasie ja da. Ja. Und tatsächlich ist es so, es funktioniert, Sebastian. Das Schiff wird aus dem Weg geschossen, das andere Schiff fliegt dran vorbei, ohne die Warp-Gondel zu streifen, wie beim letzten Mal. Man hat es geschafft. Die Enterprise fliegt nicht in die Luft und PK muss nicht rumbrüllen. All hands abandon ship. Data erklärt auch, dass er die drei dann dazu genommen hat, um auf die Idee zu kommen, vielleicht hat der Mann mit den drei Pinöppeln recht. Ja, stimmt ja in dem Fall. Brennan Braga suchte, als er diese Folge geschrieben hat, lange, lange nach einer Lösung und dachte, ey, wie kriege ich die denn da raus? Und in einem Interview, in einem Star Trek Magazin im Jahr 1993, hat er behauptet, dass diese Idee mit der Drei und der Idee vom Riker ihm gekommen sei, während er die Folge schrieb, als er gerade einen Zuckerrausch hatte, weil er soeben einen ganzen Stapel Pfannkuchen mit Sirup verdrückt hatte. Und da war er dann so irre drauf und beseelt, dass er diese Idee hatte mit der Drei. Vielleicht war das auch ein Euphemismus für was ganz anderes, mit dem er beseelt war, weil das irgendwie wie so eine Kifferidee, aber Ich habe Pfannkuchen gegessen. Ja, genau, nachher hat er dann ganz, ganz viele Pfannkuchen gegessen. Und das ist, ich glaube, ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass ja gut, es ist einfach, es ist egal, wie diese Idee zustande kam, sie ist einfach cool. Ich finde, das ist einfach cool, das ist fantasievoll, das ergibt zumindest, wenn man jetzt nicht zu genau hinguckt, ergibt auch irgendwie Sinn innerhalb dieser Welt, die die Episode da aufbaut. Und ich finde, das ist ein äußerst befriedigendes Ende. Ja. So, denn jetzt, jetzt, Sebastian, ist der Refrain ja quasi vorbei, jetzt geht es in so eine Art Outro rein, nachdem der Refrain einmal quasi sogar die Tonart gewechselt hat. Und da geht es jetzt in so ein Outro rein am Ende, denn wir hatten ja die ganze Zeit dieses andere Schiff. Und ja, was sind denn das da für Leute überhaupt? Und diese Klasse, die die da benutzen, die ist ja, die Soyuz-Klasse, die ist ja 80 Jahre alt. Seit 80 Jahren benutzen wir die Dinger gar nicht mehr. Ach du Scheiße. Ja, komm, lass uns die mal anfunken. Gesagt, getan, man funkt die an und dann meldet sich ein, ja, so ein Käpt'n. Und der hat aber ganz andere Sachen an und, ja, Sebastian, wer ist denn das? Dear God, Niles, könnte er auch sagen. Es ist Frasier Crane, Simon. Frasier Crane, Kelsey Grammar, ist da plötzlich zu sehen in so einer Mini-Nebenrolle tatsächlich, denn so viel macht er gar nicht, aber man erkennt ihn halt sofort. Komischer Kerl, Kelsey Grammar, heutzutage so. Heutzutage ein komischer Kerl, weil er wie seine Cheers-Kollegin Kirstie Alley, dem scheidenden oder bereits geschiedenen Präsidenten Trump sehr nahe steht. Ja, genau. Hat er auch immer unglaublich viele Substance Abuse Issues gehabt über die Jahre. Man sagte ihm auch immer nach, wenn er seinen Charakter spielen musste. Dann saß er so apathisch in der Ecke und dann, wenn sie gesagt haben, Kelsey, bitte, dann war er wie ausgewechselt, hat eine Szene als Frasier Crane gespielt und hat sich dann wieder in die Ecke gesetzt. Hier sehen wir ihn mit seinem frisch gezüchteten Cheers Staffel 10 Bart. Den bekommt er erst in der Mitte von Staffel 10 und das koinzidiert tatsächlich mit der Zeit, wo auch Call and Effect gedreht wurde. Den Bart legt er danach ziemlich zügig wieder ab, aber man merkt direkt, wann alles so gedreht wurde, einfach daran, wie die Leute aussehen. Und er kommt ja einfach nur vom Nachbarset, muss man auch mal sagen, denn Cheers ist nur ein Steinwurf entfernt gewesen von den TNG-Sets auf dem Paramount Lot. Genau, Captain Bateson ist es übrigens und er ist der Käpt'n der USS Bozeman, nicht Bozeman, sondern Bozeman. Können wir euch helfen, fragt er. Ja, nee, können wir euch helfen vielleicht, denn vorher, Sebastian, wird ja noch kurz geklärt, das sollten wir vielleicht nochmal sagen, denn das Erste, was Picard ja fragt, ist, wie lange waren wir da drin? Richtig. Und dann werden ja die Uhren der Enterprise verglichen mit den Federation Time Beacons, die wohl überall im All platziert sind, ja, so eine Art, wie der Radiowecker, der Kontakt nimmt, so zum Funk, zur Atomuhr geht das auch da und dann stellt man fest, dass die Uhren 17 Tage hinterher hinken. Ja, dann stellt man das wieder um, aber dann fragt man sich auch, warum hat man das nicht eher gemacht? Ja, stimmt. Ging wahrscheinlich nicht, man kommt durch diese Blase einfach nicht raus. Ja. So, und jetzt USS Bozeman und da die ja schon aussehen als Game, die aus einem anderen Jahrhundert, kommt auch raus, sie kommen aus einem anderen Jahrhundert. Sie kommen aus dem Jahr 2278. In der Star Trek Chronologie spielt das zu einer unbestimmten Zeit nach Star Trek The Motion Picture, aber noch sieben Jahre vor The Wrath of Khan. Und damit sind die fast ein Jahrhundert weg gewesen. Meine Frage an dieser Stelle, was haben die so lange gemacht? Also die Enterprise, mit der sie kollidieren, was ja, diese Kollision hat ja die Zeitschleife irgendwie ausgelöst, das war doch erst seit 17 Tagen. Was haben die denn die Jahrzehnte davor gemacht? Das ist auch eine sehr, sehr spannende Frage. Ja. Weiß ich nicht, vielleicht gab es schon ein anderes Schiff. Oder haben die so einen Zeitsprung in die Zukunft gleichzeitig gemacht? Das kann auch sein. Wie bei Yesterdays Enterprise, die C. Das kann auch sein, ja, dass sowas passiert ist und das ist das Teil dieser, vielleicht sind sie auch irgendwie der Auslöser dafür und gar nicht die Enterprise. Kann ja auch sein. Irgendwie. Wird nicht so genau erklärt, aber auch das lädt uns ja eigentlich ein, darüber nachzudenken. Wirkt aber in diesem, gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen dick aufgetragen. Das hätte es auch nicht unbedingt gebraucht, die Folge, dass diese Typen, hat sie ja das schon länger mit machen, das Spiel. Und vor allen Dingen, es stellt ja diese Frage in den Raum, Sebastian, die du ja schon gestellt hast und auch völlig zu Recht, warum haben die nie was gemerkt? Ja. Warum sind die nicht schon weiter irgendwie oder haben wir was anderes probiert? Wir wissen es nicht genau, aber offensichtlich haben die das irgendwie gar nicht gemerkt. Vielleicht ist es bei denen auch ein bisschen anders. Durch diesen Zeitsprung haben die halt dieses Feld nicht, diese Echos nicht oder so. Wir wissen es einfach nicht. Vielleicht sind die die Typen, die immer nur drei Sekunden vor der Explosion in die Zeitschleife kommen, so wie du vorhin gesagt hast in diesem einen Szenario. Das kann sein, dass sie gar keine Zeit hatten, irgendwie Gefühle zu entwickeln dafür, weil das immer nur drei Sekunden geht, bis sie in die Luft fliegen. Das ist eine coole Erklärung, tatsächlich. Zwar eine ziemlich schäbige so, aber eine coole. Ja, Sebastian. Ja, Simon, es gab zwei andere Pläne dafür eigentlich, was das für ein Schiff ist, denn man wollte so ein Schiff der Constitution Class zeigen, nochmal im Jubiläumsjahr, im ausgehenden Jubiläumsjahr, im 25. Also ein Schwesterschiff von Kirk's Enterprise und dann wollte man auch eine Brücke zeigen, die so aussieht wie 1966 und auch die schönen alten Uniformen und dann hat man sich aus Kostengründen von dieser Idee verabschiedet und ist dann in die Film-Ära gegangen, weil da natürlich der Fundus noch voll lag mit so einer Brücke und solchen Sachen. Ja, Sebastian. Ja, das war der eine Plan, der andere Plan war, dass der erste Offizier gespielt wird von Kirstie Alley als Savick und dass dann natürlich man nicht von sieben Jahren vor Wrath of Khan kommt, sondern aus einer Zeit irgendwo nach The Voyage Home, wo sich schon die Spur von Savick verloren hatte. Aber so hätte man Savick ins 24. Jahrhundert geholt und auch interessanterweise, nachdem sie mehrere Male von Robin Curtis gespielt wurde, wieder zur ursprünglichen Savick-Darstellerin, Kirstie Alley zurückgegangen und natürlich auch eine Cheers-Kollegin von, sag ich schon, Kelsey Grammer geholt. Also es wäre auf mehrerer Ebene auch irgendwie witzig gewesen, wenn das Savick gewesen wäre. Aber hätte, hätte, Herrn Toilette. Hätte, hätte, Herrn Toilette. Ja, genau. Sebastian, mich hat die Folge ja damals echt, ich hab's vorhin schon ein bisschen angeteasert, hat das auch noch was Besonderes für mich irgendwie, weil die hat mich beim ersten Mal sehr begeistert, die Folge. Also ich kann mich da auch heute noch echt dran erinnern, wie ich die gesehen habe. Das erste Mal, das kann ich bei vielen Folgen nicht. Ich weiß, dass ich die gesehen habe, aber ich weiß noch genau, wie ich da im Wohnzimmer saß, bei meinen Eltern nach der Schule irgendwann, das Ding auf Video aufgenommen habe, da gesessen habe. Ich weiß auch noch, in welchem Sessel ich gesessen habe, wie der aussah. Eigentlich alles ist noch da in Erinnerung. Und ich weiß, dass ich dann an dem Tag mich vor meinen Rechner gesetzt habe, damals, und ich habe eine Novelization gemacht, dieser Geschichte. Und ich habe da viel mit Copy-Paste gearbeitet, weil ich ja, ich habe das nicht so, ich hatte ja keinen Rick Berman, der mir gesagt hat, du musst das jetzt jedes Mal anders schreiben, sondern ich habe das halt einfach Copy-Paste gemacht. Und das Coole ist, ich habe viele Geschichten angefangen und so habe die dann nie aufgehört früher, das so zu schreiben, auch furchtbar Quatsch alles. Aber das wusste ich, das kriege ich fertig. Weil das ist eigentlich, und dann habe ich die an einem Nachmittag, habe ich die irgendwie runtergeschrieben und ich habe die meiner Mutter zum Lesen gegeben. Ihr liest das mal, vielleicht hast du Spaß dabei. Also diese ausgedruckten Zettel mit dem HP-Desk-Tintenstrahler, super lebendige Erinnerung ist das einfach. Selbst wie das gerocken hat, das Papier, habe ich noch im Kopf. Und dann habe ich das meiner Mutter gegeben, der hat das gelesen, die dachte, er hat dann auch irgendwann gesagt, was ist denn da mit dieser Frau, die ist ja immer dasselbe, was sie da erlebt. Und ich so, ja, ja, that's kind of the point, Mom. und dann hat sie es halt gelesen und so und schön, schön hat sie gesagt, fand sie wahrscheinlich nicht so gut, aber schön, schön hast du das gemacht. Schön, schön, ja, ja, komm, was gibt es zum Abendessen. Aber es ist trotzdem tatsächlich deswegen eine sehr, sehr schöne Erinnerung für mich und das ist eine Episode, die ich mit großer Freude sehe und ich hatte ein bisschen Angst, als ich jetzt nochmal sehe, weil wie gesagt, wenn du das Rätselösung kennst, dann habe ich so gedacht, dann ist sie vielleicht schwächer und wird langweilig oder so, aber nee, durch diese, jetzt habe ich das erste Mal so richtig auf die inszenatorischen Unterschiede geachtet und so, finde ich die überhaupt nicht schwächer. Ja, mach doch mal weiter mit deinem Fazit. Ja, also was, wie gesagt, das, ich habe ja auch ein durchaus gespaltenes Verhältnis zu Brandon Bragard und das, was der später auch in Voyager vor allen Dingen gemacht hat. Viele Geschichten, die ja dann auch sehr, sehr Sci-Fi mäßig sind und vertrackt sind und so, die haben mir nicht so gut gefallen. Was es hier ist, jetzt habe ich vorhin schon erwähnt, das ist so eine dringend nötige Auflockerung einfach, ja, dieser doch sehr schweren, mütigen Episoden, die wir jetzt in letzter Zeit gesehen haben. Es ist eine Geschichte, die gewitzt ist, das ist eine coole Idee, dieses Zeitreise-Thema einfach nochmal zu präsentieren. Es hat unsere Crew im Mittelpunkt, ja, und wie gesagt, das ist die Episoden, die wirklich funktionieren, die Bottle Shows und die ohne Gaststar auskommen, das sind für mich meine Lieblingsepisoden, weil das, wegen diesen Leuten gucke ich die Serie, wegen diesen Leuten, wegen Jean, wegen Bill, wegen Troy, wegen Beverly, wegen Worf, wegen Jordi, wegen Delta, so, wegen Okawa von mir aus auch, also die, O'Brien, also die Leute, die wirklich da an Bord sind und wenn das funktioniert, dann ist dieses nostalgische, heimelig Gefühl, ist einfach ganz groß für mich da. diese ganzen kleineren Fragen, die wir da hatten, die finde ich nicht störend, die finde ich eher spannend, weil man sich, wir haben ja auch gut jetzt gerätselt, was passt, was wäre wenn und so und dann macht es auch noch wahnsinnig viel Spaß, über diese Folge zu reden und ich muss sagen, das ist eine meiner absoluten Lieblingsfolgen von The Next Generation und von Star Trek überhaupt. Cause and Effect, da geht der Daumen natürlich in der Schleife, immer wieder von unten nach oben und das hört nie auf. So, du bist dran. Sehr, sehr schön. Ich fange an mit dem einen, was mich die Folge hat vermissen lassen. Etwas, wofür eigentlich auch gar nicht mehr Platz gewesen wäre, weil wir hören am Ende von dem Captain Bateson, ach, wir sind doch erst vor drei Wochen hier aus dem Trockendock und dann sagt der PK, komm, komm mal rüber, wir müssen dir mal was erzählen und dann sieht man, wie die beiden Schiffe in den Sonnenuntergang fliegen nebeneinander her und ich hätte so, so, so gerne mehr von Bateson und Co gesehen und ich hätte auch einfach über deren Wiedereingliederung was gerne erfahren und da bedauere ich es ein bisschen, dass wir noch im Jahr 1992 sind, denn im Jahr 2021 wäre die nächste Episode nicht The First Duty, auch wenn ich die wahrscheinlich vermissen würde, aber die nächste Episode wäre dann die Geschichte, wie sich die Boseman ins Jahr 2360 oder Anfang 70 jetzt eingliedert, wo wir jetzt gerade halt sind und das hätte ich unglaublich gern gesehen, da steckt wahnsinnig viel erzählerisches Potenzial einfach drin, klar haben wir das schon mal gesehen, andere Leute, die aus der Vergangenheit in die Star Trek Zukunft Schrägstrich Gegenwart gefallen sind, aber ich weiß nicht, gerade bei Kelsey Grammer, den ich auch trotz all seiner politischen Merkwürdigkeiten für einen hervorragenden Schauspieler halte, hätte ich das einfach, hätte ich das einfach gern gesehen, das ist meine Meckerei, ansonsten ist das einfach eine unglaublich spaßige Folge mit einem sehr, sehr gewagten Konzept, ein Konzept, was furchtbar in die Hose gehen könnte, wenn man sich so etwas vornimmt und dann wiederholen wir das immer, also das klingt, wenn du es auf dem Bierdeckel schreibst, so wie Friedrich Merz seine Steuerabrechnung, klingt das erstmal, klingt das erstmal vielleicht wie eine Schnapsidee, aber dass man dann sowas Packendes, sowas Interessant Inszeniertes daraus macht, von dem ich auch schon damals wusste, wie es ausgeht, weil Christian hat das auf Sky One gesehen und mir gespoilert, Monate bevor ich das auf Sat.1 gesehen habe. Das ist eine Zeitschleife. Damals kannten wir das Konzept von Spoiler nicht, da war es einfach so, oh, es gibt Neuigkeiten zu Next Generation, erzähl alles, ich will es aufsaugen, ja, das war, also man hat sich da freiwillig dem ausgesetzt, also das funktioniert super, die Charaktere funktionieren alle super, auch wenn wir jetzt dieses Mal nichts groß dazu lernen, irgendwie die Charaktere, haben wir auch gesagt, wachsen nicht, vielleicht überlegt sich jetzt Beverly mal irgendwie hier nach, ich habe ein Alkoholproblem, ja, jeden Abend sauge ich mal ein, bevor ich ins Bett gehe, jetzt wird es mir durch diese Wiederholung, wird es mir mal bewusst, aber erfahren wir nicht weiter was drüber, erstaunlich finde ich, dass dieser Film noch vor Harold Ramis eben seinen Groundhog Day hier und täglich grüßt das Murmeltier mit Bill Murray gemacht wurde, also das, da kann man auch sagen, es hat womöglich sogar einen großen Hollywood Blockbuster inspiriert und die Idee vorweggenommen einfach mal, super, ich finde die Folge auch super, also einfach super, toll, gut, ja, und der Daumen? Und der Daumen, der geht nach oben, gut, ist das ein Award? Ja, denke schön. Ja, das ist ein Award, da können wir mal wieder rauslassen, wir sind beide Ristos begeistert und haben vor allen Dingen die, weiß ich nicht, viel zu lange über diese, ich dachte, das wird super kurz, weil wiederholt sich ja so viel und dabei ist es super lang geworden, aber es hat sich angefühlt, nicht so lang angefühlt, von daher, ein D. Kelly, nach längerer Pause, darf der Landarzt auch mal wieder einen mittrinken hier, auf Cause and Effect und auf Brennberger, sagen wir es doch einfach mal, hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Bevor wir aus der Episode uns raustragen, hören wir doch nochmal auf Christians Fazit aus dem Jahr 1993, was er in sein Tagebuch gehämmert hat. Die beste Episode seit The Game. Ja, Christian hat es auch gefallen, das ist sehr, sehr schön, weiß nicht, ob es die beste Episode seit The Game ist, aber es ist auf jeden Fall die beste Episode seit einiger Zeit, muss man schon sagen, zumindest aus unserer Sicht und wie das aus eurer Sicht ist, das würde uns natürlich interessieren, ihr könnt uns das auf dreckamdienstag.de mitteilen in den Kommentaren, wir freuen uns außerdem mal wieder über frische Bewertungen, bei Apple Podcasts, ihr braucht da keinen Account, ihr braucht da schon einen Account, aber ihr müsst da nichts bezahlen oder so, ihr braucht doch kein iPhone, ihr könnt euch da einfach so einen Account anlegen und dann könnt ihr über iTunes uns da bewerten. Frauen wir uns sehr drüber, auch natürlich die anderen Portale, wir haben Spotify, wir haben YouTube und so weiter, könnt ihr uns da auch überall hören, kennt ihr ja. Puh, ja, länger als gedacht, Simon, worüber reden wir denn nächste Woche länger als gedacht? Du hast es schon gespoilert, The First Duty, auch ein ganz schöner Brocken von Episode, der auf uns zukommt. Wie heißt es denn auf Deutsch? Ein missglücktes Manöver. Ein missglücktes Manöver. Das klingt ein bisschen wie ein Euphemismus, weil man könnte es auch eigentlich eine Vollkatastrophe nennen, da kommt eine Katastrophe, ja, auf uns zu und es ist nicht unbedingt die Rückkehr des Wesley Crusher. For The First Duty geht es übermorgen weiter mit unserem Track am Dienstag Ferienprogramm. Wir beginnen etwas ganz Neues. Letzten Monat haben wir die Track Nights World Tour gemacht und übermorgen dürft ihr euch auf eine neue Serie freuen, die euch den August über mehrere Male begleiten wird. Aber mehr sei noch nicht verraten. Ihr Lieben, bleibt gesund, bleibt fröhlich, bleibt happy, freut euch, seid dankbar, dass es euch gut geht, wenn es euch denn gut geht. Und falls es euch nicht gut geht, dann hoffen wir, dass es euch bald geht.